Eigentlich hast du alles, was du brauchst, um dein Dropshipping-Geschäft zu starten. Statt tausende weitere Videos dir anzuschauen, mit denen du einfach nicht weiterkommst, kriegst du genau heute alles mit, was du brauchst, um jetzt ein vernünftiges Dropshipping-Business aufzubauen. Und wahrscheinlich, wie alle anderen, wünschst du dir einfach nur, dein eigener Boss zu sein, ortsunabhängig zu arbeiten, mehr zu reisen und nicht mehr auf jeden Euro achten zu müssen. Und das alles ist sehr strebenswert. Wer will das nicht? Dadurch, dass du auf diesem Video gelandet bist, bist du schon 95% deiner Konkurrenz voraus. Du lernst jetzt alles, was du brauchst, um dir ein vernünftiges Dropshipping-Business aufzubauen, mit dem du all deine Ziele erreichen kannst. Genauso wie all die anderen erfolgreichen Online-Shop-Besitzer zuvor. Du lernst in diesem Video, Winning Products zu erkennen und zu finden, deinen Shop richtig aufzubauen mit der richtigen Produktseite, Marketing auf Social Media in 2024 und in 2025 richtig zu verstehen und vor allem auch richtig aufzusetzen. Du lernst das profitable Ads-Schalten über Meta-Ads, bedeutet Facebook und Instagram. Und du wirst natürlich auch lernen, wie du die Ads und das Marketing skalierfähig machst. Du lernst, dein Produkt und deine Marke zu branden, alles zum Thema Steuern und Rechtliches. Und sehr entscheidend auch, du lernst das Mindset eines erfolgreichen Unternehmers zu adaptieren. Das Krasseste aber von all diesen Sachen sind die Checklisten, die ich einfach so komplett kostenlos raushaue, damit du genau deine nächsten Steps verfolgen kannst. Doch zuerst, was ist Dropshipping überhaupt? Du erstellst deinen eigenen Online-Shop, auf dem du Produkte verkaufst, wo du nicht selber die Produkte raussenden musst. Das heißt, du brauchst kein Warenlager und du musst auch nicht manuell, händisch alle Produkte irgendwie selber raussenden. Denn um Herstellung, Transport und Logistik kümmert sich ein Hersteller und das voll automatisiert. Damit hast du vollen Fokus und Zeit auf dein Marketing. Du bist quasi der Marketing-Manager, der auf deinen Shop die ganzen Besucher raufbringt, damit diese dann schlussendlich auch kaufen. Also kommen wir zum ersten Punkt. Als erstes brauchst du auf jeden Fall ein Gewerbe. Das Ganze lässt sich super einfach online erstellen. Es gibt dafür sogar schon Klick-für-Klick-Anleitungen. Ich empfehle dir das Einzelunternehmen mit einer Kleinunternehmerregelung für den Anfang. Während du also auf deine Steuernummer wartest, wenn du das Ganze beantragt hast, können wir trotzdem schon mal an dem Shop arbeiten, an der Produktsuche und an dem Marketing. Während wir an diesen Dingen arbeiten und deine Steuernummer auf dem Weg zu dir ist, was in der Regel ein bis zwei Wochen braucht, bist du auch schon mit den ganzen Vorbereitungen fertig und hast schon deine Steuernummer, um direkt loszulegen. Das heißt, du solltest als erstes eine Gewerbeanmeldung online machen, das geht in wenigen Klicks. Und du solltest den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auch mit wenigen Klicks ausfüllen. Ganz wichtig, was du nicht brauchst zum Anfang, um deine ersten 10.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz mit Dropshipping zu machen, ist folgendes. Du brauchst keinen Steuerberater, du brauchst keine Umsatzsteuer-ID, du brauchst keinen Europahändler und du musst die Ware auch nicht zu dir selbst importieren nach Deutschland. Du brauchst kein Branding und du brauchst auch keine ein bis zwei Tage Lieferzeit. Du brauchst keine AliExpress und du brauchst auch keine Produktversicherung. Was du wirklich brauchst, um deine ersten 10.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz zu machen, bekommst du hier in diesem Video Schritt für Schritt mit an die Hand. Denn viel zu viele Leute verzetteln sich und wollen alles perfekt machen, dabei benötigen sie das gar nicht von Anfang an sofort. Wenn du deine Gewerbeanmeldung und den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung fertig ausgefüllt hast, dann geht es weiter zum ersten Punkt und zwar die Produktrecherche. Aber klären wir erstmal die wichtigsten Faktoren für ein Winning Product. Der erste Faktor ist der Zeitpunkt. Fast keiner im Markt verdeutlicht, wie wichtig der Zeitpunkt überhaupt ist. Denn wenn du den Fidget Spinner nimmst zu 2017 Zeiten und da in den richtigen Zeitpunkt mit einsteigst, dann hättest du einen sehr starken Winner gehabt. Ein sehr starkes Potenzial mit einem guten Marketing. Wenn du aber nur ein Jahr später oder ein halbes Jahr später da gewesen wärst, ist der Zug schon abgefahren. Das gleiche mit der Haltungskorrektur. Wenn du Mitte 2017 da am Start gewesen wärst und dir deinen großen Teil vom Kuchen abgeholt hättest, wärst du heute noch einer der Big Player, wenn du die ganze Zeit drangeblieben wärst. Bei dem Fidget Spinner kannst du so lange dranbleiben, wie du willst. Das war einfach nur ein Hype-Produkt, das würde ich heutzutage gar nicht mehr verkaufen. Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenig Big Player noch heutzutage im Markt. Der zweite Faktor ist die Sinnhaftigkeit eines Produktes. Es muss einen Sinn für den Nutzer haben, wenn er das Produkt in der Hand hält. Löst es irgendein Problem oder wertet es irgendwie meinen Status auf? Problemlöser können zum Beispiel sein Crossbody Clutch, Mitessersauger, Haarfön und zum Beispiel auch eine Haltungskorrektur. Der dritte Faktor ist die Ein-Sekunden-Regel. Gerade in der heutigen Zeit schreit jeder nach deiner Aufmerksamkeit. Alles ist irgendwie wow, verblüffend und super magisch. Und alles andere, was langweilig ist, wird gnadenlos ignoriert. Du hast nur eine einzige Sekunde Zeit, um den Nutzer von deinem Produkt, von deinem Marketing zu überzeugen. Und wenn du es nicht schaffst, wirst du gnadenlos ignoriert, du verbrennst Geld in deinem Marketing und das wird extrem teuer für dich. Du kannst zum Beispiel auch langweiligere Produkte, wie die Crossbody Clutch, die wir auf 2 Millionen Euro skaliert haben, gut in Szene setzen. Wenn du weißt, wie du die ersten Sekunden, den sogenannten Scrollstopper, richtig in Szene setzt. Der Scrollstopper muss aber nicht immer super krass, entscheidend, wow und verblüffend sein, sondern er kann auch einfach nur kurz knackig das Produkt zeigen und einfach dort schon einen Bedarf kreieren. Alle weiteren Winning Creatives, die wir erstellt haben für diese 2 Millionen Euro Umsatz, das Ganze nur mit dem Handy sogar, bekommst du am Ende diesen Videos mit. Und wenn alle drei Faktoren, die wir gerade genannt haben, zusammenspielen, hast du ultra gute Chancen, dein Produkt richtig stark zu vermarkten. Und damit wirst du deine Konkurrenz langfristig aussieben können. Jetzt haben wir geklärt, was die wichtigsten Faktoren für ein Winning Product sein müssen, aber das Wichtigste ist jetzt für dich, wie findest du denn solche Produkte überhaupt? Das Effektivste, was ich dir heute mitgeben kann, ist die Produktsucharmee. Weil so habe ich meinen Winner gefunden, wo ich auf 7-stellige Umsätze mit skaliert habe durch diese Produktsucharmee. Und auch mehrere unserer erfolgreichen Teilnehmer haben genauso auch ihre erfolgreichen Shops und Produkte gefunden. Also, wie setzt du diese Produktsucharmee auf? Frage einfach Freunde, Bekannte, Schwester, Tante, Onkel, Friseur, was auch immer, einfach immer wieder, wenn sie swipen auf Instagram, TikTok, dass sie dir diese Produkte, beziehungsweise die Ads, die sie ausgespielt bekommen, einfach mal wieder mit rüber senden. Das sind zwei, drei Klicks für diese Person und du motivierst diese Leute, dass du ihnen entweder Provision zahlst für jedes Produkt, was du am Ende auch tatsächlich launchen und testen wirst. Oder du motivierst dich schon von Anfang an mit Provisionen, mit kleineren Provisionen für jede Ad, die sie dir durchschicken. Und unterschätze bitte nicht dieses wertvolle und mächtige Tool. Es ist sehr leicht umzusetzen, aber auch sehr leicht, es nicht umzusetzen. Dir muss einfach nur bewusst sein, dass dein Erfolg steht und fällt mit dem richtigen Produkt. Kommen wir also jetzt zu ein paar praktischen Tools, die wir auch mit unseren Teilnehmern nutzen, um richtig erfolgreiche, geile Dropshipping-Produkte zu finden, beziehungsweise eher zu erkennen. Ich gebe dir jetzt auch noch eine Checkliste mit, an der ich mit dir zusammen daran arbeiten werde, damit du genau verstehst, wie man richtig geile Produkte erkennt. Das erste mächtige Tool, was ich dir empfehlen kann, ist AliExpress, aber nur für die Produktsuche. Bitte das nicht zum Fulfillment nutzen, um deine Produkte auch zu liefern. Wir sehen hier schon die Produktsuche-Checkliste, die du auch am Ende dieses Videos mitbekommen wirst. Wir haben noch einige weitere Checklisten, die extrem mächtig sind, damit du nach und nach alles abhaken kannst. Das Wichtigste bei dem Produkt sollte sein, dass es keines der folgenden Produkte ist. Also sowas wie ein Baby-Produkt, Elektronik-Produkte, sperrische Flüssigkeiten, komplizierte Tech-Produkte, brechbar, saisonal. Das sollte es auf jeden Fall nicht sein. Also das solltest du immer abhaken. Der nächste Punkt ist auch schon, wer kauft es für wen und warum. So, das heißt, wenn ich jetzt hier rübergehe bei AliExpress und ich sehe zum Beispiel hier diese Sneaker-Reiniger und ich gucke mir das ganze Produkt hier an, dann sehe ich das Ganze und sehe diesen Radierer und denke mir, okay, wer könnte das Ganze hier kaufen? Für wen? Also für sich selbst oder für Freunde oder als Geschenk und warum vor allem? Und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe auf ChatGPT und frage dann, kennst du den Sneaker-Radierer und weißt, was das Produkt alles kann? Nenne mir alle Vorteile mit dem Produkt. Effektive Reinigung, schonende Anwendung, einfache Handhabung, Portabilität, kostengünstig, so. Das heißt, ChatGPT weiß schon mal auf jeden Fall, was dieser Sneaker-Radierer überhaupt ist und was es kann. Und wofür brauchen wir das Ganze? Wir brauchen das Ganze, um am Ende Zielgruppen rauszufinden. Weil wir müssen wissen, wer kauft es für wen und warum. Das Warum haben wir schon mal ein bisschen geklärt. Jetzt fragen wir, nenne mir 10 Zielgruppen, für die das Produkt relevant sein könnte. So, jetzt haben wir mehrere Zielgruppen hier rausbekommen. Sneaker-Enthusiasten, Sportler und Fitnessfans, Jugendliche und junge Erwachsene, Pendler und Vielreisende, Eltern von Kindern. Das ist zum Beispiel eine coole Zielgruppe, wo ich das relevant sehen würde. Was machst du jetzt mit diesen Infos? Streetwear-Fans und so weiter. Also, ich finde am relevantesten, gerade von diesen Zielgruppen, wo der Pain am stärksten ist, sind Eltern von Kindern. Weil die Kinder immer mit dreckigen Schuhen kommen, man will nicht immer wieder neue Schuhe kaufen. Und eigentlich braucht man nur diesen Radierer. Das heißt, nur weil ich schon eine andere Zielgruppe auswähle für dieses Produkt, nicht das naheliegendste. Das naheliegendste sind meistens diese Sneaker-Enthusiasten oder halt einfach eine breite Zielgruppe, die nicht immer sofort kauft. Also nicht für alle wird das super relevant sein, dieses Produkt. Deshalb würde ich mir eine Zielgruppe rauspicken, wie zum Beispiel jetzt mit den Eltern von Kindern. Und dann hast du schon mal dein Wer kauft es für wen und warum. Ist eine Sinnhaftigkeit da? Das haben wir schon vorher geklärt. Gibt es ein Problem, was das Produkt wirklich löst für diese Zielgruppe, die wir jetzt gerade benannt haben? Ja, gibt es auf jeden Fall. Man will nicht immer wieder neue Schuhe kaufen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu wenig Inspiration hast, warum Kinder das brauchen oder Eltern das brauchen, dann kannst du hier wieder reinschreiben, Eltern von Kindern, finde ich eine spannende Zielgruppe. Nenne mir zehn Gründe, warum die Eltern beziehungsweise die Kinder das unbedingt brauchen. Und hier haben wir schon mehrere Punkte, zum Beispiel auch Förderung der Selbstständigkeit. Kinder können lernen, ihre Schuhe zu pflegen. Das heißt, auch das können wir in unserem Marketing, in unseren Videos, in unseren Texten wieder einfließen lassen. Das heißt, wir spielen wirklich auf der Produktseite mit dem Marketing nur die Eltern, dass die wirklich sehen, ey, das hat mega viele Vorteile, diesen Radierer zu holen sozusagen. Und dann gibt es auch ein Glücksgefühl, ein Erfolgserlebnis für das Kind, wenn es die Schuhe wieder sauber macht mit diesem Radierer. Ist auch eine witzige Aktivität. So, Reduzierung von unangenehmen Gerüchen, Schutz vor dauerhaften Flecken. Du musst nicht immer wieder das Ganze kaufen und es ist alltagstauglich. Das heißt, du kannst es einfach so mit in die Handtasche mit reinnehmen. Deshalb ist die Sinnhaftigkeit auf jeden Fall gegeben. Bei dem Zeitpunkt ist es so eine Erfahrungssache. Das heißt, du wirst nicht bei jedem Produkt immer sofort wissen, ist der Zeitpunkt gut, ist der Zeitpunkt neu. So, aber bei dem Produkt kann ich dir auf jeden Fall sagen, das Produkt selber habe ich schon oft gesehen. Durch unsere Erfahrungen, durch alle unsere Teilnehmer und auch eigene Erfahrungen. Ich kann dir aber sagen, dass diese Zielgruppe jetzt zum Beispiel mit den Kindern sehr neu ist. Also hatte bisher noch keiner so in der Form mal richtig gemacht. Und die Relevanz ist ja trotzdem dadurch die Sinnhaftigkeit, weil wir das hier gerade geklärt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du das Ganze, damit du dich von deinen Konkurrenten abhebst, auch wow in Szene setzen. Das heißt, wenn du da gar keine Ideen hast, ist das noch kein K.O.-Kriterium. Das heißt, du kannst das Ganze abhaken, wenn du eine Idee hast. Wenn du aber keine hast, kannst du das Ganze auch erstmal offen lassen. Das ist auch kein Thema. Wichtig ist, dass du selber aber Potenzial siehst in dem Produkt. Das heißt, wenn du denkst, oh ja, nee, habe ich nicht so Bock drauf auf jetzt die Eltern mit Kindern und so weiter, dann wüsste ich jetzt nicht, warum die Relevanz so da ist. Selbst wenn du recherchiert hast, wie wir gerade eben zusammen. Wenn du trotzdem kein Potenzial siehst, mindestens 7 von 10, dann würde ich das Ding nicht launchen. Das ist auf jeden Fall K.O.-Kriterium. Ich sehe jetzt das Potenzial da drin, weil ich da recherchiert habe, weil ich das Produkt bzw. die Zielgruppe noch nicht kannte, für wen das alles relevant sein könnte. Wir haben ja vorher auch geschaut, welche Zielgruppe wirklich relevant ist. Das hatten wir hier weiter oben. Da haben wir geguckt, okay, für welche Zielgruppe wäre das jetzt am relevantesten? Wo wäre der Pain am allergrößten? Und man könnte auch berufstätige Leute nehmen, die einfach unterwegs schnell ihre Schuhe wieder sauber machen wollen, in repräsentativen Berufen zum Beispiel. Dann ist auch noch sehr wichtig, dass du genug Marge mit dem Produkt hast. Mindestens 12 Euro vor Ad-Kosten. Wie du das immer berechnest, ist einfach ganz einfach. Du nimmst einen Verkaufspreis, sagen wir mal, du verkaufst 4 Stück mindestens und sagst auch, wie lange das Produkt natürlich hält, die 4 Stück, also wenn du das auf tägliche Anwendung nutzt, damit die Leute mal eine Worst-Case-Rechnung zum Beispiel haben. Die müssen ja wissen, die erste Frage, die sich stellt, wie lange hält so ein Ding. Wenn wir jetzt sagen, 25 Euro für 4 Stück zum Beispiel und das hält dann meinetwegen 6 Monate für die, dann hast du auch wieder ein Verbrauchsprodukt, was sehr geil ist. Dann musst du immer erstmal die Umsatzsteuer abbrechen. Das ist geteilt durch 1,19, dann sind wir noch bei 21 Euro. Dann hast du die Produktkosten, bei 4 Stück wären das dann um die 3 Euro. Das Ding ist halt auch nicht teuer. Und dann hast du Marge von 18 Euro, beziehungsweise wenn wir noch Shopify-Kosten ungefähr von 1 Euro abziehen und Gebühren, dann bist du bei 17 Euro Marge vor Ad-Kosten. Und wenn du jetzt zum Beispiel 4 bis 7 Euro im Best-Case brauchst, um einen Kunden zu akquirieren, dann hast du noch 10 Euro Marge und das ist ideal. Dann arbeitest du noch mit ein paar Upsells und so weiter, dass du halt auch verstehst, okay, da hat jetzt ein Elternteil das für seine Kinder gekauft, jetzt kannst du noch einen Upsell reindrücken auf der Produktseite, um denen selber das auch nochmal zu kaufen, weil die werden wahrscheinlich auch dreckige Schuhe bekommen. Und dann hast du gleich nochmal mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage auch, kannst du guten eigenen Content machen? Hast du Elternteile in deinem Umfeld zum Beispiel oder kannst du schnell an irgendwelche Leute rankommen, die das dir machen können, diesen Content, mit denen du das zusammen machen kannst? Hast du vielleicht selber Kinder? Kennst du Leute, die Kinder haben? Man muss ja auch nicht immer sofort das Gesicht zeigen, hier geht es ja zum Beispiel auch um die Schuhe. Und wenn das gegeben ist, hast du auch nochmal eine gute Startbedingung, weil Social Media liebt eigenen Content und warum eigener Content so brachial wichtig ist, um wirklich langfristig zu skalieren, kriegst du später auch nochmal einen Marketingpart mit. So und wenn jetzt alle Punkte abgehakt sind, dann bist du richtig gut mit am Start. Dieser Punkt muss nicht immer mit abgehakt sein, denn meine Klatsch, wo wir auf 2 Millionen Euro Umsatz skaliert haben, war jetzt auch nicht so krass wow, was man so krass wow in Szene setzen kann. Das muss nicht immer gegeben sein. Aber die anderen Punkte sollten auf jeden Fall gegeben sein, damit du langfristig geile Produkte siehst, erkennst und vor allem auch launchen kannst. Kommen wir zum nächsten kostenlosen, mächtigen Tool für die Produktsuche und zwar die Facebook Werbebibliothek. Wie du jetzt schon die ganze Zeit gesehen hast, ist es mehr das Erkennen, als dass du jetzt irgendwas findest auf gut Glück, sondern du musst wirklich damit stark arbeiten und du trainierst immer wieder dir auch diesen Muskel. Und du kannst hier jetzt zum Beispiel erstmal auf Deutschland gehen, alle Werbeanzeigen, du kannst natürlich auch andere Länder nehmen. Ich gehe immer gerne auf Deutschland und schaue dann einfach mal, okay jetzt kaufen, gehst dann hier auf Filter und dann auf aktive Anzeigen, weil dann hast du alle ja aktiven Ads, die gerade geschaltet werden in den letzten Wochen und Monaten. Da kannst du auch den Filter immer einstellen. Hier sehen wir schon so ein Rasenmäher. Das ist aber genau der Punkt, wo es ein K.O.-Kriterium ist. Es ist zu sperrisch, deswegen würde ich es dir auf jeden Fall nicht empfehlen im Dropshipping, gerade für Anfänger nicht. So, dann sehen wir immer mehr. Wir sehen jetzt hier was zum Thema Moskitos, also heißen Mücken. Finde ich sehr saisonal, das heißt das Mückenproblem haben wir nicht das ganze Jahr. In Deutschland, wenn wir jetzt irgendwo in Mexiko leben, dann wäre es was anderes, dann wäre es relevanter. So, das ist dann wieder, muss man schauen, ob das handgefertigt ist wirklich oder ob das leicht zu importieren ist, aber es ist auch eher so nice to have, also nicht wirklich eine starke Sinnhaftigkeit da, deswegen auch nicht. Moskito Killerlicht ist ziemlich gesättigt, das Produkt, deswegen würde ich das nicht machen. Das kommt natürlich dann auch durch die Erfahrung mit der Zeit bei dir und vor allem, wie gesagt, sind wir auch wieder bei dem saisonalen Ding. BHs würde ich auf jeden Fall nicht machen, weil, ja, da hast du einfach zu viele Retouren, bei jedem sitzt das irgendwie anders und so weiter. Was aber wichtig ist bei dieser Produktsuche, speichere dir auf jeden Fall auch die guten Ads ab, weil das sind alles hier Inspirationen später für dein Marketing, wie du zum Beispiel jetzt auch, wenn du den Sneakerradierer hast, dann könntest du vielleicht anfangen, so eine Art von Creative auch zu machen, wie die Person jetzt hier gemacht hat, wo ein Mensch zu sehen ist, wo das Produkt zu sehen ist und dann schnell das Ergebnis zu sehen ist. Ja, das ist auch sehr powerful. So, Schuhe und so weiter würde ich jetzt auch ungern auf jeden Fall machen. Was haben wir hier? Ja, das ist, glaube ich, irgendein Meme oder ein Parfum. So, dann haben wir hier, wenn wir mal weitergehen, haben wir hier so einen Kabelbinder und so weiter, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Parfum würde ich auch nicht unbedingt machen, weil du schwierig ein geiles Parfum importiert bekommst. Genau, dann haben wir hier, was haben wir hier? Wäscheleine, okay. Ja, Wäscheleine sieht interessant aus auf den ersten Blick, sieht ein bisschen billig aus, aber wenn man das gut verkauft bekommt, weil das halt auch nur ein bisschen Plastik ist, ist der Einkauf wahrscheinlich auch sehr günstig. Das heißt, es ist keine der folgenden Produkte. Wer kauft es für wen und warum? Hier natürlich könnte man auf Hausfrauen gehen, das ist das naheliegendste. Da könnte man aber sonst auch noch schauen mit ChatGBTV da. Das gleiche Prinzip wie vorhin. Für wen wäre eine Wäscheleine interessant? Für welche Zielgruppen? Und das machen wir gleich einfach mal und fragen mal, für welche Zielgruppen wäre eine Wäscheleine interessant? Nenne mir unterschiedliche, mindestens 5 bis 10. So, und da haben wir eine interessante Zielgruppe, die ich ganz cool finde. Wohnungsbewohner ohne Trockner. Also quasi WG-Leute. Und WG-Leute sehen auch irgendwie immer gefühlt ähnlich aus zueinander. Ja, die sind irgendwas zwischen 18 und 30 Jahre alt. So, und dann stehen die mehr im Leben und haben dann keine WG mehr. Meistens so, deswegen, wenn die dann keinen Trockner haben, dann kann man die nehmen. Outdoor-Enthusiasten, also Leute, die wirklich wandern gehen und so weiter, denen könnte man natürlich sowas auch verkaufen. Sehe ich aber nicht so sinnhaft. Die Sinnhaftigkeit so stark mit da. Gärtner, Senioren, Reisende, Backpacker, Mieter mit eingeschränktem Platz, Frugalisten, Hobbyhandwerker, so. Also entweder geht man wirklich sozusagen auf diese WG-Bewohner, Studenten, Schrägstrich Familien, dass man sagt, okay, da ist die Sinnhaftigkeit am stärksten da. Ist der Zeitpunkt gut? Ist es neu? Das Produkt ist sich relativ zum ersten Mal klar. Wäscheleine kennt man schon, ist jetzt nichts Neues, aber diese Art der Wäscheleine, weil man das einfach überall befestigen kann, das ist die Sinnhaftigkeit dahinter. Also man muss ja immer verstehen, was wird dein Produkt jetzt wirklich können? Also was ist der Grund, warum das Ganze hier wirklich sinnhaftig ist? Weil du es halt überall befestigen kannst, weil du nicht so eine sperrische Scheiß-Wäscheleine hast oder Wäscheständer sozusagen, so heißt das Ding. Deswegen, ich kenne mich da auch nicht perfekt aus, aber wenn du einfach mal ein bisschen in die Recherche reingehst, was ist dann dein Konkurrenzprodukt? Dein Konkurrenzprodukt ist ein Wäscheständer sozusagen und der ist sperrisch und nervig. Du kannst den nicht transportieren und so weiter. Vielleicht willst du irgendwo unterwegs deine Wäsche aufhängen oder sowas. Deswegen ist das ganz praktisch so. Kannst du das Ganze Wow in Szene setzen? Ja, könnte man, wenn man weiß wie. Also das hier ist jetzt nicht am Anfang so interessant, wie sie das ausrollt sozusagen, aber alles danach ist so ein bisschen interessant, weil die Wäsche auf einmal irgendwo random einfach aufgehängt wird. Das ist ganz geil. Siehst du selber Potenzial? 7 von 10 kennen wir schon. Hast du im Minimum eine Marge von 12 Euro? Da kannst du dann auch wieder einfach einen Vergleichscheck machen auf AliExpress selber. Wie gesagt, wir nutzen AliExpress nicht, um die Produkte selbst zu versenden, aber wir können es nutzen, um den Einkaufspreis so ein bisschen ein Gefühl für zu bekommen. Und hier werden wir Wäscheleine eingeben, dann kommt das Ganze schon relativ schnell. Hier kriegen wir auch manchmal Inspiration, wie Leute das nutzen fürs Marketing. Sieht natürlich, wie gesagt, sehr billig aus, wenn man das irgendwie ein bisschen cleaner bekommt. Wäre natürlich geiler, wäre aber jetzt auch nicht schlimm. Das heißt, wichtig ist, dass man auch diese Dinger natürlich mit dabei bekommt. Und ja, wenn man das Ganze dann für 5 oder 10 Meter, man kann natürlich dann auch nochmal zeigen an einem Bild, wie lang 5 oder 10 Meter wirklich im Alltag sind, weil kaum einer kann sich das gut vorstellen. Deswegen sieht der Einkaufspreis schon relativ gut aus, wenn man das Ganze für mindestens 15 bis 20, 30 Euro verkauft. Auch hier solltest du dann aber wieder mit Bundles und Co. arbeiten. Kann man damit guten eigenen Content machen? Ja, das ist relativ simpel. Also wie du auch hier siehst, dafür brauchst du noch nicht mal wirklich die Menschen die ganze Zeit zeigen. Man sieht hier ein paar Hände und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch machbar. Und wie gesagt, Social Media liebt eigenen Content. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Punkt. Kommen wir zum nächsten mächtigen Tool, und zwar das TikTok Creative Center. Hier kannst du schon sehen, was man alles hier so auswählen kann. Germany, also du kannst die ganzen Länder auswählen. Du kannst auswählen, was das genau sein soll. Ich habe jetzt hier Conversion mal ausgewählt. Welche Tage vor allem auch, welche Sprache. Ich will jetzt hier nicht zu viele Filter mit reingeben, damit man noch genug Spielraum hat, um coole Sachen zu finden. Und hier siehst du schon immer, wenn du rübergehst, über das Video selber, dass man, ja, das Video sieht. Jetzt sagt sie, ey, brauchen diese Slides, Batterien? Natürlich nicht. Und das ist auch dieses Thema wieder mit Wow in Szene setzen. Ja, also heißt, die Person hat das quasi Wow in Szene gesetzt, einfach nur, um Leute so ein bisschen zu dissen, sowas Dummes einfach zu zeigen, so ein bisschen random. Hier siehst du dann gute Produkte. Du siehst aber auch gute Creators. Das heißt, du kannst dich immer wieder inspirieren lassen. Du kannst jetzt sagen, bei deinen Schuhradierer genau das Gleiche. Das heißt, du kannst jetzt hier bei deinem Schuhradierer im Marketing sagen, wenn du jetzt die Eltern bespielst als Zielgruppe, kannst du sagen, hey, brauchen diese Radierer Batterien? Nein, die sind komplett solar-powered. So, genau, diese 100% Solar-Power. Das ist bescheuert, aber manchmal funktioniert das halt sehr gut. Deswegen, da kannst du dir auch die Inspiration holen. Das heißt, das ist hier alles nicht nur für die Produktsuche, sondern vor allem für dein Marketing. Denn bedenke, dass Marketing schon bei der Produktsuche beginnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele Leute denken, sie können schon Produktsuche. Nein, kannst du nicht, wenn du noch kein Marketing kannst, ja. Weil du musst immer bedenken, welche Lösung oder welche Zielgruppe möchtest du vermarkten, deswegen. Und auch hier siehst du wieder eine Art von Creative, die man machen kann. Zum Beispiel jetzt hier mit dem Fragesticker und dann die Person einfach nur, die halt das Produkt zeigt. Aber es sind jetzt keine interessanten Produkte für uns. Das ist relativ interessant, das Produkt zum Launchen, aber finde ich dann immer wieder schwierig, weil es, ja, einfach erstens, ja, sperrisch nicht, aber es ist kompliziert anzubringen. Du brauchst eine Wasserleitung und Co. Das Produkt ist sehr, sehr gesättigt. Das heißt, da können wir, wenn dann nur auf, wenn dann nur, also es ist für die Augenbrauen, wenn dann nur auf Leute gehen, die, ja, die da zum Beispiel noch nicht so gesättigt sind, weil diese Zielgruppe ist schon sehr, sehr gesättigt. So, Anxiety mit so einem komischen Armband und so weiter, sehe ich die Sinnhaftigkeit jetzt nicht so stark mit drin. Deswegen gehe ich da immer mal noch ein bisschen weiter. Das hier fand ich ganz interessant. Ich habe es mir schon vorher angeschaut. Und zwar dieses Migräne. So, es ist erstmal auf den ersten Blick, der holt irgendwas aus dem Tiefkühler raus und man denkt sich, was ist das? Also heißt, die Kuriosität ist da. Ja, man will wissen, was ist das? Das heißt, man hat es damit auch schon so ein bisschen mit der 1-Sekunden-Regel in Szene gesetzt. So, und jetzt stellt sich die Frage, wer kauft das Ganze für wen und warum, ja? Wollen wir da auf Büroangestellte gehen, die vielleicht öfter Migräne haben? Gehen wir auf Leute, die generell schon, seitdem sie Kinder sind, immer öfter Migräne haben, also wirklich als Krankheit? Da gibt es viele Zielgruppen, an die man bespielen kann, weil das hier wirklich eine starke Sinnhaftigkeit auf einmal hat, weil Migräne ist ein Pain, richtiger Pain, den man gut adressieren kann. Es ist keins der folgenden Sachen. Man kann das gut in Szene setzen, wenn man will. Man kann auch da wieder mit der Batterie spielen, so wie davor. Also, dass man hier sagt, hey, braucht das ganze Batterien und dann somit kann man das auch wow in Szene setzen. Siehst du selber Potenzial? Wird es genug Marge haben? Ich gehe jetzt schon davon aus, weil das Ding ist, ja, im Einkauf, also irgendwann wirst du die Erfahrung haben, dass solche Dinge im Einkauf nicht so teuer sind. Solche Sachen sind dann schon teurer im Einkauf, wie das hier zum Beispiel. So, weil der printet da jetzt irgendwas raus, das ist natürlich dann schon aufwendiger in der Herstellung als jetzt so ein Produkt. Deswegen wird das wahrscheinlich, wenn ich schätzen würde, irgendwas zwischen 3 und 5 Dollar kosten, mit Versand vielleicht noch ein paar Dollar. Also, du wirst das Ding schon für 20, 25, 30 Dollar verkaufen können oder Euro besser gesagt. Ist damit guter eigener Content machbar? Ja, auf jeden Fall. Ist sehr einfach zu machen. Du schläfst damit, du genießt das Ding einfach. Also, ist auch nicht so schwer. Deswegen, TikTok Ad Creative Center ist auch komplett unterschätzt und zeigt dir sonst da draußen kaum einer. Das waren jetzt 3 sehr mächtige Tools, die du mit an deiner Hand hast, die du nutzen kannst, inklusive dieser Produktsuch-Checkliste. Die bekommst du am Ende auch mit, damit du das Ganze auch immer abhaken kannst. Also, als PDF bekommst du das Ganze kostenlos mit und es wird noch weitere Checklisten geben, die du gleich bekommst, die auch sehr mächtig sind. So, das waren zum Beispiel 3 praktische, kostenlose Tools, die du mächtig anwenden kannst. Wenn wir noch die Produktsuche haben, hier mit dazu zählen, sind das 4 mächtige Tools, mit denen du sehr starke Produkte finden kannst. Sehr wichtig ist, dass du sie erkennst und mit diesen Fragen arbeitest, wie mit dieser Checkliste zum Beispiel. Denn wenn du immer nur scrollst, einfach wie eine Leiche sozusagen, stundenlang einfach nur suchst und denkst, du wirst auf gut Glück was finden, dann wirst du das nicht langfristig meistern. Denn es ist ein Skill, du musst diesen Marketing-Skill immer mehr beherrschen, dass du immer dir die Frage stellst, wer kauft es für wen und warum. Das ist die mächtigste Frage für die Produktsuche, glaub mir. Die anderen Tools, die kostenpflichtig sind, aber auch sehr mächtig sind, sind zum Beispiel Minea, PipiSpy, AdSpy, DropshipSpy und viele andere Tools. Wichtig ist aber, dass du nicht in die Falle des ewigen Suchens fällst. Weil super entscheidend ist das Erkennen der Produkte. Nicht die Tools sind super entscheidend, sondern dein Skill ist super entscheidend. Wir haben schon Teilnehmer bei uns gehabt, die haben mehrfach sechsstellige Umsätze gemacht mit ihrem Produkt, mit einem einzigen Produkt im Dropshipping. Und das, weil sie das Produkt einfach nur auf AliExpress gefunden haben und richtig gut vermarktet haben mit eigenem Content, mit der richtigen Zielgruppe. Ganz wichtig aber nochmal zu verstehen ist, dass wir AliExpress nicht nutzen, um unsere Ware zu versenden. Dazu gleich nochmal mehr. Also ich hoffe, dass du mitgenommen hast, dass welche Zielgruppe du genau auswählst, super entscheidend kann. Und das kann aus einem gesättigten Produkt ein sehr neues Produkt wieder machen. Wenn du noch mehr zum Thema Produktsuche erfahren willst und auch zum Thema Marketing, dann schau gerne bei meinem kostenlosen Kurs vorbei. Den kannst du einfach in der Description Box ja dir downloaden. Und da findest du auch alle Checklisten, die ich in diesem Video mit dir nach und nach durchgehe. Und der nächste Punkt ist besonders entscheidend, weil selbst das beste Produkt alleine reicht nicht aus. Es ist super wichtig, wie die Vermarktung ist, aber vor allem auch, wie dein Shop aussieht und wie deine Produktseite aussieht. Also kommen wir zum zweiten Punkt, Shopaufbau und die Produktseite. Und klären wir dafür erstmal das Optische und Technische, was du überhaupt für einen Shop aufbauen solltest. So, wie gesagt, es gibt drei Arten von Online-Shops. Es gibt einmal den Nischen-Store, das heißt, so wie bei unserem Shop, wo wir über 2 Millionen Euro Umsatz mitgemacht haben, da haben wir dann nur Handtaschen gehabt. Das heißt, alles dreht sich um Handtaschen, das heißt, längliche, seitliche und so weiter und so fort. Dann gibt es den General-Store, wo du alle möglichen Produkte findest. Das heißt, da gibt es jetzt nicht etwas Spezielles, sondern einfach alle Produkte. Das ist natürlich das Praktischste immer. Und dann gibt es einmal den One-Product-Store, wo es sich alles nur um das eine Produkt dreht. Und jetzt gibt es viele da draußen, die sagen, hey, One-Product-Store, das ist der Shit-to-go auf jeden Fall oder Nischen-Store. Nein, ich sage dir auf jeden Fall als Empfehlung, solltest du einen General-Store machen, der sollte aber clean aussehen und dazu auch gleich nochmal mehr, wie du das Ganze richtig aufsetzt. Weil langfristig kannst du sowieso ein Nischen-Store daraus werden, denn hier war am Anfang auch ein Store, wo alle möglichen Produkte für Frauen getestet wurden und dann erst später ist daraus Nulina-Klatsch geworden. So, wir haben wieder unsere schöne Checkliste und diesmal ist es eine Shop-Aufbau-Checklist. Das heißt, du kriegst hier Step-by-Step jetzt alle Schritte mit, die du brauchst, bis du deinen Shop fertig hast. Also super einfach umzusetzen. Das erste ist die Domain. Das heißt, wir werden uns für einen General-Store entscheiden, der sehr clean aussieht. Nicht so hässlich wie hier jetzt zum Beispiel, sondern viel cleaner, so dass das Ganze wie ein One-Product-Store aussieht, wie hier zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall möglich und ich zeige dir auf jeden Fall jetzt Step-by-Step, wie du das Ganze machen kannst. Das erste, was wir brauchen, ist eine Domain. Das heißt, wir müssen überhaupt erst mal wissen, wie soll überhaupt unser Shop heißen. Was wir bitte nicht machen, ist irgendwie so GeneralShop24.de, also irgendwas, wo schon Shop mit drin ist oder irgendwas, wo Gadgets, Gadget, Shop24.de, sowas, alles, auf gar keinen Fall. Das sind absolute Tabu-Dinger. Du hast hier Namelix, was sehr powerful ist, um einfach Inspiration zu bekommen. Du brauchst was, ja, sehr, nicht zu männlich, nicht zu weiblich ist sozusagen. Und da klicken wir jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Da kannst du dir ja ein bisschen mit rumspielen. Du kannst gleichzeitig auch ChatGBT nutzen. Da sagst du dann einfach als Prompt, als Befehl sozusagen, ich möchte einen Online-Shop erstellen und der soll nicht zu männlich klingen und nicht zu weiblich, so dass man jedes Produkt darauf passend testen kann. Ein Beispiel wäre Temanu. Bitte gebe mir zehn weitere Beispiele. So. So, in der Zwischenzeit gucken wir schon mal, wir haben hier Tamin, ist auch schon mal nicht schlecht, Tamar, Tenu, Tenu wäre sehr geil, aber klingt so ähnlich zu Temu. Da kann man immer dann checken, er ist die Domain frei, Premium Domain, 1100 Euro wollen wir natürlich nicht zahlen. Thanos wäre auch nicht schlecht, hört sich ein bisschen griechisch an, aber würde auch noch gehen, wenn man das Logo relativ clean designt, dann gucken wir einmal Thanos.de, ob das Ganze frei ist, ist schon vergeben. Deswegen gucken wir, was der so nochmal hier raushaut. Luminara, das ist zu weiblich. Sephira, kein Z bitte im Namen, Solandra, Velora, Taranis ist gar nicht schlecht, das könnte man auch nehmen und da könnten wir mal gucken, ob das noch frei ist. Gucken wir jetzt einmal, Taranis ist auch vergeben. Mentu finde ich auch nicht schlecht, das können wir auch einmal checken, deswegen geht auch nicht, aber jetzt hast du schon mal ein paar Namen, auf jeden Fall die nicht gehen, das ist ganz gut. Teramo könnte man auch nochmal testen, wie gesagt, es darf nicht zu harsch klingen, es darf nicht zu weiblich klingen, nicht zu männlich. Teramo ist gar nicht schlecht, das heißt, die Domain könnten wir uns jetzt sichern und kaufen und da können wir dann einen Haken setzen. Ich erspare dir jetzt die ganzen Steps, wie ich das Ganze kaufe und auch die E-Mails anlege, das sollte selbsterklärend sein, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist besser, wenn du die Domain hier rüberkaufst, nicht über Shopify, damit du unabhängig bist und damit du später mit deinem E-Mail-Marketing und so weiter eine eigene E-Mail-Box hast, was viel mächtiger ist als von Shopify und vor allem ist es auch viel günstiger hier mit 8 Cent im Monat. Kommen wir also zum nächsten Punkt und zwar das Logo und das erstellen wir jetzt einmal zusammen und da gehst du einfach auf Canva.com, das ist dann kostenlos, da klickst du hier einfach auf Logo und dann fangen wir an, das Logo zu designen und wichtig ist für unseren General Store, weil wir wollen ja alle möglichen Produkte hier testen, weil der Riesenvorteil von einem General Store ist, dass du sehr effizient, sehr schnell neue Produkte testen kannst, weil du möchtest nicht jedes Mal wieder ein neues Shop-Abo abschließen, um neue Produkte zu testen. Erstens ist es mega kostspielig, es kostet deine Motivation, deine Energie und nicht jedes Produkt wird sofort bei dir richtig krass funktionieren und noch viel wichtiger ist für dich, dass du verstehst und das machen so viele Leute da draußen falsch, dass die Leute nur auf der Produktseite unterwegs sind. Also heißt, wenn du die Leute auf deine Produktseite schickst, dann werden sie auch nur auf der Produktseite bleiben und wieder gehen. Das heißt, 90, 95% sind nur auf der Produktseite. Das hier muss am Ende wirklich richtig gut aussehen. Das heißt, wenn das wirklich richtig gut aussieht, die Produktseite bei deinem General Store und das meinetwegen, das kannst du mal hier sehen, wenn du auf Untersuchen gehst und dann hier auf das iPhone-Emblem und dann hier einfach auf das iPhone-Ding gehen sozusagen, dann siehst du, wie die Produktseite aussieht. Weil was man wirklich sieht am Ende ist die Produktseite, das Logo hier oben und halt die Produktseite selbst. Und wenn das alles clean aussieht und nicht nach so einem GeneralShop24.de, dann geht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dafür sorgen wir jetzt. Deswegen vertrauen wir da, wenn ich dir das sage, weil das ist das, wo auch unsere Teilnehmer mit sehr stark skaliert haben. Das sieht mir noch ein bisschen zu weiblich aus, deswegen auch gerade Kosmetik-Salon. Deswegen müssen wir jetzt etwas finden, was nicht zu weiblich ist und nicht zu männlich ist sozusagen, was relativ neutral ist. Und das kann schon was Simples wie das hier sein, dass man einfach dann hier jetzt sagt, okay, komm, Teramu und darunter könnte man jetzt noch Hamburg schreiben. Das Ganze ist mir aber noch ein bisschen zu groß, das heißt, ich mache das noch mal ein bisschen kleiner. So, und dann sieht das schon professionell aus. TH könnte man hier rein machen, würde ich aber nicht machen. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Dann das Ganze noch mal größer ziehen. Jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen hässlich aus, weil wir zu viel Weißanteil haben. Deswegen müssen wir das gleich einmal verändern, damit du das später in deinem Shop auch ordentlich hast, weil sonst wird es hässlich aussehen. Und das zeige ich dir jetzt, wie das machst. Du zentrierst das einmal jetzt so und dann guckst du einmal, welche Pixelgröße es hat. 500 mal 150 würde ich jetzt machen. Dann hast du hier Größe ändern. 500 mal 150 weiter. Und das Ganze Design dann einfach anpassen. Zack, dann haben wir schon die Größe. Und dann können wir das Ganze auch noch mal groß ziehen. Und dann sieht das auch schon gut aus. Good to go. Und dann das Ganze noch mal zentrieren. Zack. Und man kann das Ganze jetzt schon downloaden. Als man kann das Ganze noch mal größer machen, damit die Qualität auch immer noch gut aussieht. Ich würde immer die höchsten Pixel dir empfehlen. Wobei du hier, die zweifache Größe reicht auch schon aus. Dann hast du da schon eine richtig gute Qualität. So, das Ganze downloaden wir als PNG. Und dann haben wir auch schon das Logo. Und das sieht dann so aus. Wir wollen noch einen transparenten Hintergrund. Das habe ich gerade noch vergessen mit einzuklicken. Deswegen gehen wir hier auf Download. Transparenter Hintergrund. Wieder auf zweifache Größe. Und downloaden das Ganze. Weil wenn du einen transparenten Hintergrund hast, dann hast du halt den Vorteil, dass es einfach am Ende schöner aussieht. Top. Jetzt können wir beim Logo auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Das haben wir fertig erstellt. Das Ganze sieht jetzt clean aus. Und jetzt zeige ich dir die ganzen Einstellungen, wie das Ganze auch aussehen soll bei deinem Shop. Das heißt, wir kommen zum dritten Punkt, die Einstellungen. Wie das Ganze aussehen soll bei deinem Shop, damit du auch wirklich wie ein One-Product-Store aussiehst. Also quasi wie der hier. Aber du hast trotzdem den technischen Vorteil eines General-Stores, wo du alle möglichen Produkte testen kannst, wie zum Beispiel hier. So, da einige Schwierigkeiten von euch haben, einen Shop aufzubauen, deswegen gehen wir jetzt alle Einstellungen wirklich durch. Wir gehen hier auf Shopify. Das Ganze kostet drei Tage erstmal nichts. Und danach anschließend 1 Euro monatlich erstmal am Anfang. Danach wird es, glaube ich, 30 Euro monatlich. Ich habe die Kosten ja nicht perfekt gerade im Kopf. So, wir gehen jetzt auf kostenlos testen. Ich werde mit dir jetzt die wichtigsten Einstellungen hier durchgehen. Erstmal bei der E-Mail ist das selbsterklärend, was du da eintippst. Da habe ich jetzt gerade schnell eine erstellt, um das Ganze ja einfach schnell hier umsetzen zu können für das Video. Wir speichern das Ganze. Wir kommen bei Shopify. Hier kannst du irgendwas anklicken. Das ist relativ egal. Du willst einen Online-Shop machen. Das ist alles egal. Ich klicke hier einfach irgendwas selber an. Das ist alles erstmal nicht so wichtig. Du kannst hier natürlich auch Dropshipping-Produkte angeben, aber das ist eigentlich egal, was du hier antippst. Hauptsache, du kommst einfach relativ schnell hier mit ran. Und hier siehst du schon das ganze Dashboard. Warum Shopify auf jeden Fall? Weil die darauf ausgelegt sind. Das sind die führenden Marktführer für einfach Online-Shops und dass das Ganze auch ordentlich aussieht sozusagen. Jetzt sieht man den Shop noch nicht, weil da noch nichts online ist. Aber das zeige ich dir jetzt gleich die ganzen Einstellungen, die man hat. Man hat hier einmal sein Home. Man kann hier seinen Plan auswählen langfristig, dass man dann sagt, okay, das Ganze dann ab 27 Euro monatlich, sobald die 1 Euro im ersten Monat vorbei sind. Und das würde ich dir dann auch empfehlen. Damit kannst du gut arbeiten. Hier wirst du dann deine ganzen Bestellungen sehen. Hier wirst du deine Produkte sehen. Das werden wir nach und nach jetzt auch gleich machen. Hier wirst du deinen ganzen Kunden sehen. Hier brauchst du dich gar nicht aufhalten. Hier wirst du dich manchmal aufhalten. Hier wirst du dich aufhalten. Das brauchst du auch erstmal nicht. Das sind auch wichtige Statistiken, dass du halt schauen kannst, hey, wie sehen meine Umsätze aus? Wie viele Shop-Besucher habe ich? Wie viele Sitzungen auf dem Gerät habe ich? Und da wirst du auch sehen, auch bei der Case Study, wo ich diese 2 Millionen offengelegt habe, dass da 90% wirklich nur mobil unterwegs sind und vor allem auch 90% nur auf der Produktseite drauf sind. Deswegen haben wir hier diese Strategie super ausgearbeitet. Marketing brauchst du hier erstmal auch nicht viel. Rabatte brauchst du am Anfang auch noch nicht viel. Hier ist dann dein Online-Shop, wo du das Theme einstellst. Da gehen wir auch gleich nochmal Step-by-Step mit drauf, wie du das Ganze anpasst und welche Themes es so gibt, was du hier alles noch einstellen musst. Aber erstmal gehen wir auf die Einstellungen und die wichtigsten Sachen hier. Hier kannst du erstmal alles gleichlasten. Du hast hier das Berliner Zeitzonen-System, metrisches System. Das hier bleibt alles gleich, so wie es ist. Der Plan, den kannst du dann langfristig auswählen, sobald du die Testphase abgeschlossen hast oder wenn du online starten möchtest. Erstmal kannst du alles hier in Ruhe aufbauen. Bei der Abrechnung, da musst du erstmal hier nichts einstellen. Benutzer und Berechtigung erstmal auch noch nichts. Erst wenn du langfristig Mitarbeiterkonten anlegen willst, für zum Beispiel auch deinen Supplier oder wenn du Mitarbeiter hast langfristig, dann brauchst du das hier aber am Anfang noch nicht. Bei Zahlungen solltest du auf jeden Fall hier Shopify Payments einrichten, Kontoeinrichtung abschließen. Das würde ich aber erst machen, sobald du alle Einstellungen hier fertig hast und sobald dein Shop richtig schön aussieht. Mit Produktseite, mit Rechtstexten, mit allem. Deswegen mach erstmal alles fertig und mach das hier als letzten Step sozusagen fertig, weil dann wirst du schneller freigeschaltet für Shopify Payments, für Klana, für alle anderen Zahlungsmethoden, die du hier mit Shopify Payments hast. Beim Checkout kannst du auch erstmal alles so lassen, wie es hier ist. Deswegen würde ich da erstmal noch nichts großartig ändern. Das können wir sonst später auch nochmal machen, weil da ist voreingestellt schon erstmal alles Wichtige beziehungsweise hier kannst du schon mal E-Mail auswählen. Das heißt, die können sich mit einer E-Mail registrieren und müssen sich nicht mit einer Telefonnummer registrieren, weil viele wollen keine Telefonnummer angeben. Alles andere kannst du hier erstmal so lassen, was das Thema Checkout angeht. Wir gehen hier auf Speichern und dann gehen wir weiter zu Kundenkonten. Da brauchen wir auch nichts tatsächlich. Versand und Zustellung, hier müssen wir auf jeden Fall was machen. Hier gehen wir in diese Versandtarife rein und hier können wir schon Versandtarife sehen für Deutschland zum Beispiel. Wenn du in Deutschland bist und nach Deutschland hin verkaufst, dann kannst du selber die Versandtarife festlegen. Da kannst du dann sagen, okay, ich möchte, wenn jemand für 50 Euro mehr verkauft, dass du das Ganze kostenlos anbietest, den Versand. Ich mache es immer gerne so, dass ich es generell immer schon anbiete, diesen kostenlosen Versand. Das heißt, das Ganze ist schon von Anfang an kostenlos und das Ganze hier lösche ich hier raus und das Ganze mache ich auch genauso für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt, ich nehme auch noch Österreich mit rein, wenn ich nach Österreich und Schweiz hin möchte, verkaufen möchte. Wobei man hier gar nicht draufklicken kann. Das heißt, man müsste eine neue Zone erstellen. Das würde ich dann hier rüber machen. Einfach Zone bearbeiten und dann hier Österreich. Zack, das ist schon drin. Wobei wir machen das einfach mal einfacher. Wir löschen das Ganze hier einmal raus und dann erstellen wir eine neue Zone Österreich plus Schweiz. Gehen dann hier auf Österreich. Gehen dann hier auf Schweiz. Zack, und dann haben wir schon, jetzt brauchen wir noch einen Versandtarif und da machen wir einfach das gleiche wie hier. Gehen wir dann hier auf bearbeiten und gucken, was wir alles brauchen. Brauchen bedingte Preisgestaltung? Nein, das brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen hier auf Zone, sorry, wir gehen hier auf Versandtarif. Schreiben hier kostenloser Versand hin und das Ganze ist dann hier kostenloser Versand, kostenlos, weil das Ganze wird der Kunde hier auch nochmal sehen, deswegen nennen wir das nicht Standard, sondern wir nennen das Nutzerdefiniert und nennen das Ganze kostenloser Versand, damit der Kunde das auch im Checkout später ordentlich sieht. Das heißt, wir gehen hier auf Speichern. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst kannst du am Ende keinen Checkout machen beziehungsweise der Kunde kann keinen Checkout machen, weil er keinen Versandtarif hat. Also das hier auf jeden Fall machen. Wichtig ist noch, jetzt gerade hast du null Produkte hier mit drin und alle neuen Produkte werden diesen Profil immer mit hinzugefügt und das ist sehr wichtig. Du siehst hier schon eine Meldung, dass wir zu den Märkten wechseln müssen und diese Märkte auch aktivieren müssen. Ist auch relativ simpel, ich habe es gerade schon mal vorgemacht, so damit wir nicht die ganze Zeit die neuen Klicks machen und das Ganze immer hier sozusagen siehst, wie ich hier die ganze Zeit rumklicke. So, das heißt, wir gehen jetzt hier auf Schweiz, gehen auf den Markt, den wir halt hinzufügen wollen. Ich würde jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz nehmen, wenn du auch in der DACH-Region selber ansässig bist, fügst das Ganze erstmal hinzu und das Ganze reicht dann erstmal. Wie du das Ganze steuerrechtlich machst, langfristig, gehe ich noch später am Ende des Videos mit drauf ein, ist aber relativ simpel. Bei Steuern und Zollgebühren lässt du die ganzen Einstellungen erstmal so, wie es ist. Bei Standorte wählst du deinen Standort aus, wo du natürlich von wo aus du verkaufst. Bei Gutschein kannst du auch erstmal alles so lassen, wie es ist. Märkte kannst du auch erstmal dann so lassen, wie es ist, wenn du es hier eingestellt hast. Apps und Vertriebskanäle sage ich dir auch noch im Laufe dieses Videos, welche Apps du alle brauchst. Domains, hier kannst du deine bestehende Domain verbinden, das heißt, wenn du über IONOS das Ganze gekauft hast, sozusagen hier die Domain gekauft hast, was ich dir auch stark empfehlen würde, dann kannst du das Ganze hierüber verbinden, bestehende Domain verbinden. Kundenereignisse kannst du auch so lassen, wie es ist. Marke kannst du auch so lassen, wie es ist. Benachrichtigungen kannst du auch erstmal so lassen, wie es ist. Benutzer für die Daten auch, Sprachen auch, also hier ist dann Deutsch einfach schon Standard, das sollte da auch stehen. Datenschutz des Kunden, das kannst du auch erstmal so lassen. Richtlinien, das kannst du auch erstmal so lassen. Die ganzen Datenschutzerklärungen, AGBs und so weiter machen wir gleich nochmal in Ruhe. Shop Aktivitätsprotokoll lassen wir auch. So, das heißt, das war's, was die Einstellung erstmal primär angeht. Kommen wir zum Theme. Der vierte Punkt, der Shop Aufbau Checkliste. Das heißt, wir haben Domain schon, wir haben Logo schon und wir haben die ganzen Einstellungen gemacht. Das heißt, wir kommen schon mal gut voran. Jetzt, was ist überhaupt ein Theme und wie kannst du das beste Theme auswählen? Also, das hier ist dein jetziges Theme sozusagen und wir haben hier, wenn du hier auf Online-Shop und Themes draufklickst, dann siehst du auch hier, es gibt eine Theme Bibliothek, beliebte, kostenlose Themes. Und wichtig für dich zu verstehen ist, dass dieses Dorn Theme seinen Grund hat, warum das Ganze als Main Theme genommen wurde, weil das von den Statistiken her die besten Conversion Rates hat, weil Shopify wird ja dir nicht das schlechteste Theme geben, nur damit du wenig Sales machst. Also, deren Interesse ist durch deren Gebühren, dass sie auch viele Sales machen. Deswegen, es gibt hier aber noch weitere Themes und es gibt auch kostenpflichtige Themes. Da kannst du dann hier reinschauen einfach, was dich da so anspricht sozusagen. Du siehst hier Most Relevant, hier sehen wir 13 kostenlose Themes, die man nutzen kann, das heißt Write, Refresh, Sends und so weiter. Wichtig ist, dass du diese Farben auch anpassen kannst, aber wichtig für uns ist einfach, dass wir jetzt relativ easy halt diesen General Store haben wollen, ja. Und dieses Studio, da siehst du schon, das ist so ein bisschen mehr in Richtung, ja, in Richtung künstlerisch angehaucht. Taste ist mehr Richtung Nahrungsmittel, Craft ist, du siehst halt, es hat seinen Grund, warum die Dinger so heißen, wie sie heißen. Zum Beispiel, Trade sieht eventuell noch ein bisschen interessant aus. Da könnte man dann die Farben auch anpassen. Und wenn du jetzt anschauen möchtest, wie Trade zum Beispiel aussieht, dann kannst du hier raufklicken, einfach auf das Theme und dann Try Theme. Und in der Zwischenzeit edit er das Ganze hier und du kannst dir das dann gleich anschauen. Wir können in der Zwischenzeit, kann ich dir mal zeigen, was ein Theme überhaupt ist, was das so aussagt. Du gehst halt hier auf Anpassen, wo ich gerade gezeigt habe, hier auf Anpassen, das Theme. Und dann kannst du schon sehen, wie das Ganze aussieht. Du kannst sehen, welche Blöcke du hier bearbeiten kannst. Du kannst hier neue Abschnitte hinzufügen, dass du sagst, okay, du möchtest ein Bild mit Text nochmal hinzufügen. Du möchtest irgendwas anderes mit hinzufügen und dann kannst du hier die Bilder auch austauschen und alles. Hier wählst du dann dein Bild, was da rein soll sozusagen. So, und dann kannst du hier alles einstellen, was du möchtest sozusagen. Wichtig ist aber, dass du auf der Produktseite, äh, der Homepage, dich nicht zu viel auffällst, weil das wichtigste ist, wie gesagt, die Produktseite, weil da werden deine Kunden die meiste Zeit sein und vor allem auch auf der Mobilansicht. Das heißt, 90 Prozent werden auf der Mobilansicht sein und auch 90 Prozent werden nur auf der Produktseite bleiben. Deswegen ist für dich wichtig zu verstehen, dass du, ja, deine Homepage zwar schön machst, aber dass du da nicht jetzt wochenlang mit Zeit verschwindest. Viel wichtiger ist, wie gesagt, auf jeden Fall die Produktseite. Das heißt, wir halten uns hier auf. Das ist jetzt noch das Dawn Theme. Du siehst, es ist alles so ein bisschen eckig und kantig. Wenn man aber schon nur die Schriftart verändert in den Einstellungen, dann macht das auch schon viel aus. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel raufgehen bei den Schriftarten und wir wählen zum Beispiel Gilroy aus oder wir sehen, wählen Montserrat aus, meinetwegen. So, das hier. Dann sieht das Ganze schon moderner gleich aus und sieht einfach nur mal schon mal ein bisschen besser aus. Das heißt, wir nehmen überall die Montserrat Schrift, auch hier unten. Das ist immer das Erste, was ich dir empfehlen würde, egal welches Theme du nutzt, dass du immer die Schriftart anpasst, damit das auch besser aussieht und das macht schon mal ein bisschen was besser. So, wichtig ist dann natürlich auch, dass du dein Logo mit auswählst und das haben wir ja vorher schon hochgeladen, äh, gemacht. So, hier ist das transparente Logo, das laden wir einmal hoch, damit das Ganze auch einmal cleaner aussieht. In der Zwischenzeit hat er wahrscheinlich das Theme schon fertig installiert. So, das zweite Theme, was wir uns gleich mal anschauen wollten, das Theme Trade sozusagen. Das können wir uns dann gleich hier auch noch mal anschauen. So, das Logo ist schon drin. Dann gehen wir hier auf Fertig und dann sehen wir einmal, dass das Logo noch relativ klein ist. Das heißt, wir können bei der Desktop-Variante, wenn wir hier rauf gehen, einmal die Logo- Breite noch mal größer machen, dass wir sagen, okay, wir machen das Ganze noch mal größer. Finde ich ein bisschen zu groß. 150 wäre okay. Wie gesagt, Desktop ist nicht so wichtig. Deswegen würde ich das erstmal so jetzt lassen. Und dann auf Speichern und dann gucken wir uns das Ganze noch mal auf Mobil an. Und Mobil sieht das auch schon gut aus, weil der wahrscheinlich das auf Mobil auch größer und kleiner macht. Nein, tatsächlich nicht. Deswegen, hier können wir immer wieder auf Rückgängig gehen, so wie es dann war. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Du hast auch nicht zu viel Weiß- Anteil, weil wir das Logo schon clean gemacht haben von Anfang an. So sieht jetzt gerade Dawn aus. Und jetzt können wir uns einmal anschauen, wie das Theme Trade aussieht. Dann gehen wir hier auf Anpassen. Das ist noch nicht online. Das heißt, auch hier müssen wir dann wieder das Logo einmal neu mit einbeziehen sozusagen. Das heißt, wir gehen hier auf Mein Shop, gehen auf Header und dann gucken wir, wo wir hier das Logo hinzufügen können. Wobei, das geht eher in den Einstellungen immer hier. Ganz vergessen. Und dann haben wir hier das schon hochgeladen. Das heißt, wir wählen das aus. Da mein Logo natürlich schwarz ist und wir jetzt hier auch einen schwarzen Hintergrund haben, kommt das nicht so zur Geltung. Deswegen müssen wir die Farben auch einmal natürlich anpassen. Und um das Ganze rauszufinden, gehst du halt einfach immer auf den Block rauf, wo du gerade drauf sein möchtest sozusagen und rausfinden möchtest, wo das Ganze ist. Und dann gehst du einfach drauf auf den Block und dann siehst du das Ganze, jetzt hat er mich darauf geklickt sozusagen. Wir wollen aber nur den Header anklicken und jetzt sehen wir hier die ganzen Desktop-Logo- Positionen. Dann sagen wir zum Beispiel, ja, wir möchten, dass er oben zentriert, also mittig sozusagen. Das heißt so. Und dann, wie gesagt, wieder auf Mobil zurück und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze anpassen können. Das heißt, den Hintergrund, der war gerade noch schwarz, den können wir dann hier weiß machen. Aber jetzt haben wir die ganzen Umriss-Schaltflächen. Das heißt, diese anderen ganzen Buttons, die müssen jetzt irgendwie wieder zu sehen sein. Und die sehen wir gerade nicht. Deswegen müssen wir hier ein bisschen rumspielen und gucken, was das genau ist. Ich habe es jetzt ein bisschen einfacher gemacht und habe einfach auf das Schema 1 geändert, damit du auch siehst, okay, wir haben jetzt hier natürlich die ganzen Navigation zum Beispiel wieder. So, das heißt, egal wo du hier unterwegs bist, du kannst immer die Farben so anpassen, dass du zum Beispiel hier auf Rich Text gehst, sozusagen, gehst hier rauf, hast dein Schema und dann hast du meinetwegen Schema 1, was am besten ist von den Farben her und dann hast du hier erstmal alles in clean, schwarz und weiß. Warum ganz clean, schwarz und weiß? Damit es einfach neutral aussieht für alle möglichen Produkte. Ich habe hier schon mal ein Produkt importiert quasi, die Erde und das einfach nur mal als Beispiel, damit du siehst, wie das Ganze hier schon mal so ein bisschen aussieht. Das heißt, auch hier kannst du alles immer ändern. Produktfeatures, da kannst du das natürlich auch Produktinformationen, das heißt auch auf Deutsch natürlich machen, Symbol, kannst du dann eine Rückgabe machen, Stern und so weiter. Also kannst du hier komplett selbst entscheiden, was du da alles machst und dann kannst du hier auch den Text mit rein machen, sozusagen. Hier kommt ein Text rein, so und dann hast du natürlich, wenn jemand darauf klickt, hier auch den Text und das sieht dann schon relativ clean aus. Gerade bei den Themen kann man sich sehr, sehr stark verlieren, das heißt, verklick dich nicht zu viel einfach, versuche einfach Step by Step hier voranzukommen. Ich würde dir auch empfehlen, dass du wirklich mal Klick für Klick einfach alles hier mal siehst, was man so machen kann, was man hier alles. Also spiel gerne so viel rum, wie du willst, auch hier mit den Abschnitten, was man alles noch so hinzufügen kann. Mach einfach mal alles erstmal, was geht, damit du wirklich ein Gefühl dafür bekommst, was man hier alles machen kann. Das Wichtigste für dich sind erstmal die Farben auf jeden Fall einzustellen, dass hier ordentliche Farben auswirkt, dass es schwarz und weiß ist, dass du dein Logo mit hier drin hast und dass du auch die Typografie ein bisschen geändert hast, damit du dich ein bisschen abhebst von deinen Konkurrenten sozusagen. Typografie findest du dann hier und da können wir dann auch wieder ändern auf das, was wir haben wollen. Ich finde aber, das sieht schon relativ clean aus, deswegen würde ich das erstmal so lassen. Wenn du dein Theme fertig hast, können wir hier einen Haken setzen und dann gehen wir weiter zur Homepage, wie man die komplett bearbeitet und was man da so macht. Und hier siehst du schon mal das meiste von der Homepage wirst du auf jeden Fall über dein Theme regeln müssen. Das heißt, genau hier wirst du die meiste Zeit dich dann aufhalten. Aber wie gesagt, ich würde da nicht mehr als ein Arbeits- beziehungsweise einfach nur ein paar Stunden dran sitzen. Das heißt, ich zeige dir jetzt einmal vor, wie man das Ganze schön machen kann und was du da dann so ersetzen kannst. Erstmal würde ich sehr viele Sachen hiervon rauslöschen, dass du einfach mal ein bisschen mehr Klarheit bekommst, was man alles braucht und was man nicht braucht. So, jetzt haben wir fast alles hier rausgelöscht, was man so rauslöschen kann. Wir haben jetzt hier ein Banner, wo man noch ein Bild mit reinsetzen kann, wo man dann wirklich sagt, okay, da setze ich jetzt ein Bild rein, meinetwegen das kannst du auch von Pixabay nehmen oder sowas. Wie gesagt, die Homepage ist sowas von egal, das sage ich dir. Da kannst du jetzt zum Beispiel einfach mal hier drauf gehen und sagen, okay, Shopping und dann kannst du dir hier von Pixabay kostenlos etwas runterladen. Das kann irgendwas sein. Also es ist wirklich relativ egal, weil wie gesagt, es sind kaum Leute dort unterwegs auf der Homepage. Deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal, wie wir das Ganze mal so machen, weil es muss wirklich effizient sein. Du kannst dann hier deine ganzen Texte einstellen sozusagen und wie gesagt, es ist wirklich nicht so relevant, was du hier machst. Wir machen auf jeden Fall das Nötigste. Sobald du anfängst, mehr Verkäufe zu machen, die ersten paar guten Verkäufe, dann kannst du hier die ganze Homepage noch mal viel schöner machen. So, ich habe jetzt hier irgendwas hingeschrieben, jeder Tag ist einzigartig, weil Shoppen Spaß macht. Du siehst, es ist, wie gesagt, nicht so relevant, deswegen machen wir hier erst mal so weiter. Du kannst sich schon ein paar Minuten mehr Gedanken machen und vielleicht ein bisschen besseres Bild nehmen, aber ich zeige es dir einfach nur für die Verdeutlichung, was du hier genau machen kannst. Wichtig ist, dass du die Buttons hier bei den Farben auch noch mal einstellst, dass du das Ganze natürlich mit einem schwarzen Button machst mit einem weißen Schrift da drauf, weil dann sieht das bei der Produktseite dementsprechend auch besser aus und clean aus. Aber ja, zurück zur Startseite. Was können wir hier jetzt noch machen? Wir können hier einen Abschnitt, vorgestelltes Produkt auf jeden Fall machen, hinzufügen und da wird dann einfach das Produkt gezeigt, was wir hier auswählen und da wählen wir einmal die Erde aus, was wir einfach relativ schnell importiert haben. Ist natürlich ausverkauft, kann man nicht mehr kaufen. So und das würde ich tatsächlich schon, das würde ich schon lassen einfach, weil es so unrelevant für den Anfang ist, weil sonst verlierst du dich da drinne in der Homepage sozusagen. Also du kannst hier wirklich, wenn du komplett Neubeginner bist, innerhalb von wenigen Minuten hier alles neu aufbauen. Jetzt die Fußzeile, da sieht man noch nicht die Farben, deswegen muss man hier das Schema einmal ändern, damit man sieht, was hier genau richtig ist und ansonsten kann man die Farben hier auch wieder anpassen. Das Ganze erstmal speichern. Wie gesagt, du kannst in ein paar Minuten auf jeden Fall mehr Mühe geben. Ich habe jetzt nur gezeigt, wie schnell das alles gehen kann. Du kannst es schon ein bisschen schicker machen, aber du brauchst jetzt hier nicht mega viel machen, weil die werden nicht über die Homepage kaufen, weil du wirst die Leute sowieso immer auf die Produktseite leiten. Glaub mir und vertrau mir da einfach. Sobald du anfängst, hier ein paar mehr Verkäufe zu machen mit einem Produkt, dann fängst du an, die Homepage auch ein bisschen schicker zu machen. Die Rechtstexte und alle anderen Texte, die du hier unten brauchst, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen und das ist der nächste Punkt. Wir haben Homepage hier einen Haken gesetzt und jetzt kommen wir zu den Rechtstexten und binden diese auch auf jeder Seite natürlich ein. Wenn du die Homepage, soweit es geht, schick gemacht hast, so gut es geht, dann kommen wir zu den sechsten Punkt, den Rechtstexten und dafür gehst du einfach hier auf Online Shops und dann Navigation und dann siehst du das Ganze auch schon. Wir brauchen hier Seiten und Navigation und bei Navigation siehst du schon eingestellt das Fußzeilenmenü und das Hauptmenü. So und was wir hier machen ist, dass wir jetzt über Seiten neue Seiten erstellen, alle Seiten, die wir auch brauchen. Dafür gehen wir hier auf Seite hinzufügen, schreiben Schreiben Impressum mit rein, speichern das Ganze. Hier kommt dann der Impressumstext mit rein, dann gehen wir hier auf AGB speichern. Wir machen erstmal die ganzen Seiten und dann zeige ich dir gleich wo du das Impressum und AGB erstellen kannst. AGB und dann wieder, wieder, Widerrufsbelehrung, so Widerrufsbelehrung. So dann haben wir das alles und das Ganze muss jetzt zugewiesen werden. Dafür gehen jetzt auf die Navigation. Einen habe ich noch vergessen und zwar den Datenschutz. Datenschutzerklärung. In Deutschland ist es natürlich wichtig, dass wir alle sowas haben. Es ist alles verpflichtend, deswegen setzen wir das einmal ordentlich auf. Dafür gehen wir jetzt auf Navigation, klicken hier auf das Fußzeilenmenü und fangen dann an, die ganzen Minutpunkte mit reinzunehmen. Impressum. das ist alles verpflichtend, dass das Gut, man! Cool, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. So, jetzt haben wir alle Menüpunkte erstellt, das ganze Menü speichern und jetzt müssen wir natürlich auch diese Seiten füllen und dafür kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du möchtest die AGB füllen, dann machst du einfach AGB kostenlos erstellen und guckst dann, welche wirklich kostenlos sind. Meistens ist hier von E-Recht 24, ist meistens das kostenlos und da musst du aber immer schauen, dass es wirklich kostenlos ist. Oft sagen die hier irgendwelche Preise, deswegen würde ich das dann zum Beispiel nicht nehmen. Da gab es aber einen, der auf jeden Fall das kostenlos macht, AGB Online Shop, musst du noch hinschreiben, habe ich ganz vergessen. So, Online Shop, AGB kostenlos erstellen, dann geht es tatsächlich über den hier, nicht einwilligen ablehnen, so und dann kannst du hier deine ganzen AGB, Online Versandhandel, echte Daten, so AGB erstellen und dann kannst du alles hier aufschreiben sozusagen und dir dann eine AGB erstellen und die dann einfach hier Copy-Paste reinpacken. Ich hatte es schon öfter erlebt, dass Leute hier zum Beispiel von meinem Impressum oder Widerrufsbelehrung das einfach alles kopiert haben. Das Problem ist, dass dann hier die Firma draufsteht, die das geführt hat alles. Das war der Edgar Lear, der war auch mitbeteiligt, damit ich sein PayPal nutzen konnte mit 1%. Genau und das Problem ist dann, dass die Leute mir dann schreiben, also bitte das nicht einfach so kopieren, deswegen mach dir deine eigenen AGBs und deinen eigenen Impressum und so weiter, weil du auch andere Sachen mit drin hast, weil damit machst du dich sonst strafbar. Deswegen ganz wichtig, dass du da das einmal erstellst und dann die ganzen AGBs, Impressumstexte und so weiter hier rein haust. So, dann gehst du auf Themes, damit das Ganze auch angezeigt werden kann, so schön hier unten wie bei Nolina zum Beispiel hier auch, wo du dann hier unten das alles hier unten hast. Einfach, dass es schick aussieht. Oder hier zum Beispiel auch, ich habe das auch nicht Fußzeilenmenü genannt, sondern habe einfach hier ein Bindestrichen gemacht. Da gehst du hier auf Theme, anpassen bzw. wenn du jetzt das andere Theme genommen hast und nicht das Dorn, dann natürlich das andere nehmen. Aber dann gehst du einfach hier drauf und fängst an bei Fußzeile. Dann gehst du hier auf Menü, also heißt hier Block hinzufügen, Menü und da nimmst du das Fußzeilenmenü hier. Das kannst du dann hier ändern und kannst dann sagen, welches Menü das sein soll. Dann nennst du das Ganze Fußzeile. So. Und dann hast du schon Suchen, Impressum, AGB, Datenschutz, Widerruf. Also das, was wir gerade erstellt haben und dann hast du hier dein Fußzeilenmenü. Kannst den ganzen natürlich auch einfach nur einen Bindestrich geben und dann sieht das ungefähr so aus. Das geht natürlich auch. Kannst natürlich auch gar nichts machen wahrscheinlich. Ja, so geht es dann auch und dann ist das richtig clean und dann brauchst du nicht mehr was hinschreiben. So, Rechtstext haben wir auch aufgesetzt. Jetzt kommen wir zum Produktimport mit CJ Dropshipping. Das heißt, wie kannst du das Produkt überhaupt importieren in deinen Shop rein sozusagen. Das heißt nicht der Import, dass du von China nach Deutschland, dass du dir nach Hause importierst, sondern dass du erstmal das auf deinen Shop hast sozusagen. Deswegen veröffentlichen wir erstmal nochmal das Theme, was wir jetzt uns ausgesucht haben. Das Trade Theme. Und dann fangen wir an, jetzt mit CJ Dropshipping zu arbeiten. So, CJ Dropshipping ist die bessere Alternative zu AliExpress. Hiermit wirst du bessere Lieferzeiten haben. Hier siehst du auch schon, dass du dein Store verbinden kannst. Wie gesagt, es ist die schnellere und effizientere Lösung zu AliExpress für den Anfang. Langfristig, wenn du mehr Verkäufe machst, solltest du auf jeden Fall auf den Private Agent rüber wechseln. Da haben wir auch welche bei uns dann im Netzwerk. Da kannst du mich sonst gerne mal anschreiben. So, verbinden Sie meinen Store einfach hier auf Shopify klicken. Also es ist relativ einfach. Das heißt, wir fangen jetzt an, das Ganze zu autorisieren. Dafür installieren wir jetzt einfach die CJ Dropshipping App, die auch schon gute Bewertungen hat, wie man hier sehen kann. Hier auf installieren. Hier hast du auch komplette Anleitungen von CJ Dropshipping nochmal, wie man das Ganze connected auch mit den Produkten selber zum Beispiel. Ja, aber ich zeige dir das jetzt einmal vor, wie du das Ganze sowieso auch importierst. Deswegen mache ich es einmal Klick für Klick mit dir vor. Wenn du ein Produkt gefunden hast, was du listen möchtest, wie jetzt zum Beispiel einfach für die Veranschaulichung, für die Verdeutlichung, gehst du hier auf List und dann schreibst du hier einfach mal Test hin, Variant Pricing. Wir nehmen jetzt mal nur eine Variante mit rein und machen das Ganze nach Germany. Und hier würde ich dir immer empfehlen, dass du CJ Ordinary nimmst. Das gibt es jetzt hier nicht. Deswegen CJ Packet Sensitive. Das sind Shipping Days, 7 bis 13 Werktage. Meistens ist es nochmal schneller und damit kann man auf jeden Fall für den Anfang arbeiten. Mit dem Preis mache ich jetzt mal einfach irgendwas. Listed now. So und dann ist das Ganze in progress. Es braucht jetzt hier vielleicht eine Minute und für dich muss einfach nur wichtig zu wissen sein, auf jeden Fall, dass du mit diesen Shipping Times arbeiten kannst für den Anfang. Sobald du anfängst, mehr Verkäufe zu machen, wechselst du sowieso auf einen Private Agent, der dann 5 bis 10 Werktage Lieferzeit hat. Wenn du das ordentlich kommunizierst, geht das alles. Denn alle unsere erfolgreichen Teilnehmer oder auch meine Erfolge beruhen alle einfach auf normalem Dropshipping. Aber halt in dem Sinne, Branded Dropshipping, dass das alles clean aussieht. So wie hier zum Beispiel auch, wo wir über 2 Millionen Euro Umsatz gemacht haben mit 400.000 Gewinn. Deswegen das geht alles, wenn man weiß, wie man das Ganze richtig macht. So und ich gehe jetzt einmal zurück. Listed successfully, wie du schon siehst. View in store. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Wird noch ein bisschen hässlich aussehen. Nicht schockieren gleich mit den ganzen Texten hier und so weiter. Das werden wir aber auch alles ändern natürlich, dass das auch gut aussieht, auch was die Bilder angeht und so weiter und so fort. Also so werden wir das definitiv nicht lassen, weil das Ganze würde dann so aussehen. Und das ist natürlich sehr, sehr hässlich. Das zeige ich dir jetzt einmal. Es wird so aussehen und das werden wir natürlich nicht machen. Deswegen werden wir das alles gleich nochmal richtig schön anpassen, dass das clean aussieht und dass das nochmal besser wird. Aber so einfach ging das jetzt mit CJ, um das Ganze zu connecten. Und damit das auch verbunden ist, checkst du einmal hier bei den Connections, ob das auch verbunden ist. Und jetzt ist es schon verbunden. Das heißt, dein Hersteller jetzt hier kann die Ware raussenden, sobald du anfängst, hier Bestellungen entgegenzunehmen mit deinem Produkt, was du dann auch hier mit drin hast. Diesen Damenrasierer, wie man hier sieht. Bedeutet, wir haben den Import mit CJ erfolgreich gemacht und jetzt kommen wir zur Produktseite, dass das Ganze natürlich auch schön aussieht. So, der Einfachheit halber habe ich jetzt nochmal die Crossbody Clutch einmal importiert in diesen neuen Shop, einfach nur damit du verdeutlicht siehst, wie einfach man die Produktseite bearbeiten kann. Ich habe jetzt einfach mal die Texte genommen von meiner Crossbody Clutch, wo ich das alles habe. Du kannst immer Bilder hier mit einfügen, dass du hier ein Bild einfügen und fügst das Bild mit ein oder lädst es hier hoch, was du halt haben willst. Zum Beispiel auch wie das und das hier. Das sieht jetzt noch mega groß und hässlich aus, ist aber wichtig, dass es immer die höchste Auflösung hat, damit das einfach am Ende schön aussieht. Wenn wir das Ganze jetzt schon speichern und uns einmal anschauen, wie das Ganze aussieht, wird es immer noch ein bisschen chaotisch aussehen, aber schon mal besser als am Anfang. So, und jetzt sieht das Ganze noch bisher so aus und wir können gleich nochmal uns einmal aussuchen auf der Produktseite, was wir hier alles noch zeigen möchten. Das heißt, wenn wir jetzt sagen möchten, okay, wir wollen nicht alle Bilder davon zeigen, dann können wir die einfach alle weglöschen. Wenn wir sagen, ey, wir haben eh nur die schwarze sozusagen, weil wir hier black haben und wir haben alle anderen sowieso nicht da, dann können wir die Bilder alle hier einfach weglöschen. So, wir können das Ganze hier auch Farbe nennen natürlich, dass man das auch alles in Deutsch hat und dann hier in schwarz. Wenn du mehrere Variationen hast, dann hast du natürlich auch noch andere Farben. Dann würde ich das Ganze hier auf jeden Fall auch kürzer benennen. Das heißt, hier würde ich das dann einfach Crossbody Clutch nennen, zum Beispiel hier. Und das machst du natürlich so, wie du es haben möchtest. Und dann würde ich das Ganze hier auch nur so nennen, Crossbody Clutch, zack. So, dann haben wir hier schon mal speichern. Und dann wird das Ganze schon mal ein bisschen cleaner aussehen als vorher. Wenn wir jetzt mal gucken, wie das Ganze aussieht, hier steht immer noch Mini Crossbody Clutch, Shoulder Back. Jetzt müssen wir hier auf Vorschau. So, und jetzt sehen wir das Ganze, sieht schon hier ein bisschen cleaner alles aus. Auch hier wieder wichtig, das Einzige, was wirklich zählt, ist die Mobilansicht. Das heißt, genau diese Ansicht, die halt zählt. Und dann siehst du, das sieht schon mal viel, viel, viel besser aus als vorher. Man hat die ganzen Bilder und die Texte, die du, wie gesagt, alle hier mit einpflegen musst. Und deswegen, so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze kann man hier dann auch nochmal natürlich zentrieren. Das ist jetzt alles nicht perfekt. Ich habe es einfach mal relativ schnell reingehauen. Das Ganze hier machst du dann über dein Theme. Das habe ich dir ja vorher schon gezeigt. Dann kommen hier noch Bewertungen rein. Das hier können wir auch noch wegmachen über die Theme-Einstellung. Und hier haben wir gerade unsere Fußzeile gemacht. Dann haben wir hier noch ein paar Einstellungen, die man machen kann. Das heißt, man kann hier jetzt auf schwarz rauf gehen. Da ist wichtig, dass du so ein paar Klicks machst. Auf jeden Fall steuern auf diese Variante erheben, ja. Und dann natürlich deinen Einkaufspreis, dass du den hier reinschreibst. Meinetwegen 9 Euro inklusive Versandkosten. Das lässt du sonst hier alles gleich, weil das ist von CJ. Und dann einfach speichern und fertig. Du kannst hier natürlich auch nochmal einen Vergleichspreis nehmen. Nimm bitte da bitte einen realistischen, weil sonst glauben die Leute dir das einfach nicht. Deswegen hier dann 34,90 Euro als Vergleichspreis. Und dann zeige ich dir, wie das jetzt in der Praxis einmal aussieht auf der Produktseite. Das sieht dann einmal so aus, was jetzt hier nicht angezeigt wird, weil ich im Theme das noch nicht eingestellt habe. Das heißt, wir gehen wieder auf ein Theme und gehen dann auf Anpassen. Hier auf Anpassen und dann hier auf Standardprodukt. Das heißt, du modifizierst immer all deine Produktseiten damit. Und hier zeigt er das jetzt schon an. Das heißt, gerade hat das noch nicht gezeigt. Wahrscheinlich einfach war da ein bisschen zu langsam. Und dann sehen wir hier auch schon Sale. Dieses Sale können wir dann auch noch wegmachen, wenn wir das wollen. Können es aber auch da lassen. Oder wir können das Ganze auch auf Deutsch modifizieren. So, wir haben das Produkt importiert und die Produktseite fertiggestellt. Jetzt fangen wir an mit den Bewertungen und mit den Apps, die du alle brauchst. Das heißt, Bewertungen und Apps. Bei den Bewertungen nimmst du am besten Stampit oder du nimmst Judge.me. Stampit ist etwas teurer, sieht dafür aber sehr, sehr clean aus. Das wird dann so aussehen wie bei mir zum Beispiel. Das siehst du dann hier. Das ist mit Stampit gemacht. Würde ich dir empfehlen, sobald du anfängst, auch ein bisschen mehr Umsätze zu machen. Dann kannst du auch in schönere Apps investieren. Das hier ist über Stamped. Das sieht sehr clean aus. Und über Judge.me, da kannst du das Ganze auch kostenlos machen. Und also Judge.me Bewertungen. Das ist dann hier. Product Reviews, Judge.me, 27.000 Bewertungen. Danach kannst du auch Build for Shopify. Das heißt, genau das ist das Ding, wie du das aufsetzen kannst. Da hast du auch Anleitungen mit bei, wie du das Ganze aufsetzt. Deswegen die App würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten andere Apps, die ich dir noch empfehlen würde. Langfristig sind hier zum Beispiel Omnisend oder Klavio für dein E-Mail-Marketing. Langfristig brauchst du mit deinem Private Agent auch Dianxia.me. Und die beiden brauchst du hier nicht. CJ Dropshipping hast du schon. Und Judge.me für Bewertungen. Insta-Feed, falls du einen schönen Instagram-Kanal dir aufbauen willst, dann kannst du das auch nochmal schön machen, wie das zum Beispiel hier der Fall ist. Dann siehst du hier diesen Insta-Feed. Richtig cool nochmal. Das geht auch. Mobil sieht das natürlich auch wieder viel schöner aus. Alles ist ja klar. Wir haben alles auf dem Mobil optimiert. Deswegen, das sieht dann so aus. Genau, deswegen. Das sind so die Apps, die du brauchst. Und sonst brauchst du nicht mehr viel. Senddesk vielleicht noch für ein Ticket-Management-System, falls du langfristig viele Mails bekommst. Aber ansonsten, ja, was das, was die Apps angeht. Sonst kannst du dir noch Vitalz holen. Das ist auch eine starke App. Vitalz ist diese App, die halt alles mit drin hat, was du eigentlich brauchst. Alles eins All-in-One-Marketing. Auf Deutsch auch Build for Shopify, auch viele Bewertungen. Da hast du dann alles mit dabei. Wirklich von Cross-Sales zu Up-Sales mit allem möglichen. Auch mit Sticky Add-to-Card und allem drum und dran. Deswegen checkt das gerne mal ab. Hier Up-Sale-Baukasten, Besucher-Replays und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele gute Sachen. Für den Preis kann man auf jeden Fall nicht mehr kappen. Brauchst du aber nicht gleich von Anfang an. Kommen wir zum Checkout. Damit du den Checkout richtig clean machst, soll das Ganze natürlich auch so aussehen. Das heißt, du bist in dem Shop und klickst zum Beispiel hier auf in den Warenkorb. Damit das Ganze auch clean aussieht, soll die Warenkorb-Seite schon sehr clean aussehen. Und das kannst du in deinem Theme alles einstellen. Das heißt, du bist hier bei deinen Theme-Einstellungen wieder und fängst an, hier die Warenkorb-Seite so zu gestalten, wie du sie gestalten möchtest. Das heißt, einmal hier auf Warenkorb. Hier hast du die ganzen verschiedenen Klicks, die du machen kannst. Pop-Up, Einschub, Seite und so weiter. Klick dich da mal wirklich komplett rum. Auch hier, was den Checkout angeht, da kannst du dann das Bild verändern, das Logo verändern, wo die Position sein soll. Also heißt, wenn du nochmal einen Schritt weiter gehst, sicher zur Kasse, dann wie die Checkout-Seite aussieht. Das kannst du auch nochmal alles ordentlich anpassen. Und genau, da kannst du auf jeden Fall auch nochmal ein paar Farben umändern. Das solltest du auf jeden Fall einmal alles durchklicken und gemacht haben. Und wenn du das mit dem Checkout gemacht hast, dann hast du alle Punkte erstmal von deinem Shop erfüllt. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, aber jetzt nicht das Allerwichtigste, wo du dich jetzt stundenlang drin wieder verlierst, sondern immer denke, Pareto-technisch, was ist das Relevanteste? So, wir haben die Gewerbeanmeldung, wir haben die Produktsuche, wir haben den Shop-Aufbau. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt gleich, und zwar Facebook und TikTok-Account und das Marketing, weil du brauchst auf jeden Fall ein Facebook- oder TikTok-Account, um dann dein Marketing überhaupt zu machen. Wenn du noch mehr Videos brauchst zum Thema Produktsuche und Shop-Aufbau, findest du sehr viele weitere Videos auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen lass gerne ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Die ganzen Checklisten, die ich im Laufe dieses Videos immer wieder vorgestellt habe und die weiteren, die noch folgen werden, gebe ich dir am Ende dieses Videos komplett kostenlos mit. Also bleib auf jeden Fall fokussiert dran, denn jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Damit dein Produkt und deine Produktseite richtig gut zur Geltung kommen, brauchst du Schritt Nummer 3, ein richtig gutes Marketing. Denn das A und O ist der erste Eindruck, genau wie im echten Leben, die erste Impression. Das heißt, wenn jemand, ein Social-Media-Nutzer, deine Werbeanzeige sieht und einfach nur weiterscrollt, wirst du, wie gesagt, einfach nur Geld verbrennen. Was für dich entscheidend ist am Ende des Tages, dass da die Person stehen bleibt, raufklickt und am Ende auch kauft. Die gängigsten Plattformen, um deinen Shop zu bewerben, sind Facebook, Instagram und TikTok. Aber erst mal musst du den Hintergrund von Social Media verstehen, wie diese Plattformen überhaupt funktionieren. Denn es ist nicht wie bei Amazon, dass die Leute einfach nur draufgehen und sofort kaufen. Weil Social Media wollen die Leute sich berieseln lassen. Sie wollen schon was die Freunde machen, sie wollen einfach nur lachen, sie wollen abschalten, sie wollen Kummer loswerden, was auch immer. Also heißt, Social Media ist nicht primär nur zum Kaufen da. Das heißt, das Game, wie man auf Social Media verkauft, mit seinem Online-Shop, funktioniert komplett anders wie bei Amazon. Und was dort viele Leute vergessen, ist die Macht der eigenen Creators. Denn ich sehe noch viel zu oft Anfänger, die Dropshipping aus 2017 betreiben, wo sie irgendwas mit AliExpress versenden, ewig lange Lieferzeiten haben, billiges Drogenpaket kommt da irgendwie an, mit einem ganz komischen Produkt. Dann natürlich ist der Kunde da abgefuckt. Und natürlich funktioniert dieses Geschäftsmodell nicht langfristig. Genauso das Marketing ist einfach nur geklaut von irgendwelchen Creatives aus Amerika, die mal irgendwann gut performt haben. So funktioniert Dropshipping heutzutage überhaupt nicht mehr. Das kannst du komplett in die Tonne treten, wegschmeißen, gegen die Wand fahren. Wie gesagt, Social Media liebt neuen Content. Und der erste Eindruck ist extrem entscheidend. Wir haben nicht ohne Grund bei uns, bei Nolina, wo wir über 2 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, haben wir nicht ohne Grund 300 plus Creatives getestet und das alles mit dem Handy gefilmt und sogar mit dem Handy geschnitten. Das heißt, du brauchst keine komplizierte Sony 4K Kamera oder sonst was, sondern du musst einfach nur darauf achten, dass die Models gut in Szene gesetzt werden, dass die Creatives gut in Szene gesetzt werden. Und das zeige ich dir auch gleich. Damit du überhaupt erstmal eigenen Content machen kannst, gehst du hier zum Beispiel auf Amazon und schreibst einfach rauf, Schuhradierer, so wie wir das Produkt vorhin gefunden haben. Und dann gehen wir genau auf dieses Produkt, bestellen uns das nach Hause, ist ein paar Tage zu Hause und schon können wir eigenen Content damit machen. Dann können wir das so in Szene setzen, wie wir es halt haben wollen. Und dafür ist aber super wichtig, dass wir darauf achten, wie wir überhaupt recherchieren. Also was wollen wir visuell überhaupt zeigen? Und damit du weißt, was du visuell zeigen kannst in deinen Creatives, kannst du wieder hier in ChatGPT reingehen und wir gehen wieder darauf zurück, was ich vorhin schon als Frage stellte. Und zwar, was für Vorteile hat das denn für die Eltern, wenn die das für ihren Kinder kaufen? Ja, diesen Schuhradierer sozusagen. Die haben ja den Schmerzpunkt, dass die Schuhe immer wieder dreckig werden. Das heißt, verlängerte Lebensdauer der Schuhe. Das heißt, man kann mehrere Schuhe, Kinderschuhe zeigen, die so in Müll geschmissen werden und das dann halt mit einem roten X sozusagen. Also du musst einfach visuell so gut wie möglich darstellen, wie man die ganzen Schmerzpunkte, die ganzen Vorteile visuell darstellen lassen kann. Zum Beispiel, saubere Schuhe auch für die Schule. Das heißt, wenn da saubere Schuhe sind, dann zeigt man so ein bisschen halt die sauberen Schuhe, wie das Kind in die Schule geht damit. Reduzierung von unangenehmen Gerüchen, das kann man visuell auch gut darstellen. Schutz vor dauerhaften Flecken, Alltagstauglichkeit. Das heißt, die Mutter kann das in ihrer Handtasche haben und das einfach zack schnell rausholen. Das kann man alles visuell in seiner Creative zeigen, in seinem Marketing. Und hier siehst du auch nochmal anhand der Winning Creative Checkliste, wo ich dir jetzt nach und nach Step by Step zeige, wie die funktioniert, wie man das anwenden kann bei dieser Creative sozusagen. Die hier hat auch sehr viele Aufrufe bekommen von uns bei Nulina Klatsch, womit wir auch sehr viele Umsätze und Gewinne gemacht haben. Und da ist halt die Frage, hebt die Creative sich von der Konkurrenz ab oder ist es genau das gleiche Material, was jeder schon rauf und runter genutzt hat. Manchmal sinnvoll, oft aber nicht. In diesem Fall ist der gesamte Content selbst geshootet. Also du siehst hier am Anfang, sympathische Dame zeigt die Tasche einfach nur mit einem guten Style und zeigt einfach nur die ganze Zeit die Tasche. Das war in Barcelona, da habe ich alles in Szene gesetzt mit einer jungen Dame einfach, die als Model agiert haben. Das können Freundinnen einfach sein, das müssen jetzt nicht professionelle Models sein. Deswegen, das ist alles selbst geshootet, nicht super professionell, aber es hat funktioniert und es hat richtig gut Umsatz bestellt. Das hier ist wie gesagt alles in Barcelona, alles eigener Content. So, es hebt sich von der Konkurrenz deshalb ab, weil es halt wie gesagt alles eigener Content ist. Es gab es so in der Form noch nicht, deswegen ist eigener Content extrem powerful, wenn du es ordentlich machst. Ist der Text nicht zu schnell, nicht zu langsam? Ja, auf jeden Fall. Das klappt alles. Man kann das ordentlich lesen, so dass es nicht zu schnell ist, aber auch nicht zu langsam. Ist der Text gut lesbar mit Schlagschatten oder Hintergrund? Ja, er ist gut lesbar. Haben wir dynamische Bildwechsel alle drei bis sechs Stunden? Ja. Zeigt das Videomaterial ein gewisses Wow-Erlebnis? Relativ. Also das Produkt ist jetzt nicht mega krass, aber zeigt halt ein Wow-Erlebnis in dem Sinne, dass es halt praktisch ist und man alles mit dabei hat. Und gibt es einen Scrollstopper, dass es einen Grund gibt anzuhalten? Jetzt in dem Fall einfach, weil es ein praktisches Produkt ist, sozusagen, du musst jetzt nicht immer super Wow-Irgendwas explodieren lassen oder sonst was. Es geht auch so. Und gibt es in den ersten fünf Sekunden, ist es direkt klar, um was es geht, um welches Produkt es geht, weil oft der Frame ist halt oft bei Leuten einfach, dass sie nur so ein Tutorial haben oder so. Hier ist gleich von Anfang an klar, dass es hier um diese Crossbody-Klatsch geht und es geht nicht irgendwie um deinem Style, es geht nicht um Urlaub oder sonst was. Wie gesagt, wir sind auf Social Media unterwegs, wo die Leute ein anderes Bewusstsein haben. Sie sind nicht sofort zum Kaufen da. Da ein Achterpunkt. Sind die Copies ansprechend? Vorteile statt langweilige technische Features. Ich könnte die Leute jetzt langweilen, wie lang diese Tasche ist, wie groß und so weiter. Das interessiert keinen Bums. So, hier praktisch, Stiefel und modern, die Crossbody-Klatsch von Nolina. Du brauchst keine Handtasche und keinen Geldbeutel mehr. Warum? Du hast dieses Ding. So, jedes Handy passt hinein. Auch eine wichtige Frage. Das heißt, es sind alles Vorteile statt irgendwelche langweiligen Features. Die Botschaft jeder einzelnen Copy nicht doppelt. Das sehe ich auch zu oft Anfänger falsch machen, dass sie Botschaften immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Das brauchst du nicht. Langweilen die Leute nicht. Wird das Produkt oder die Lösung gut erklärt, sodass nicht mehr tausende Fragen offen bleiben. Machen auch extrem viele falsch. Wenn zu viele Fragen offen bleiben, dann kaufen diese Leute nicht das Produkt. Und diese Winning Creative Checkliste, die kannst du genauso bei anderen Winning Creatives von uns anwenden. Wir haben ja natürlich noch viel mehr. Winning Creatives auf diese Creative. Relativ langweilig, also nichts Besonderes. Die hat hier 1700 Likes und ganz viele Kommentare, wie du auch sehen kannst. Deswegen, die fängt einfach so an. Auch die Tasche wird gezeigt. Auch wieder relativ gleicher Frame. Anderes Model, andere Location, andere Handtasche auch. Ansonsten wird die Tasche immer wieder gezeigt. Das war so mein Winning Schema sozusagen. Und auch hier kannst du einfach mit der Checkliste wieder arbeiten und gucken, ob alles gegeben ist. Wie gesagt, du musst nicht immer einen kranken Scrollstopper haben am Anfang. Es muss nicht immer sein. Wäre aber gut, muss aber nicht. Siehst du auch hier, dass es auch so funktioniert. Wenn du noch mehr Winning Creatives von Nulina sehen willst, alle Winning Creatives, die uns quasi diesen Umsatz von 2 Millionen beschert haben, weil das ist alles hier eigener Content. Auch das hier sogar mit diesen ganzen Mikroinfluencentern, mit denen wir gearbeitet haben. Da bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn ich gebe dir, wie gesagt, auch diese Checklisten alle kostenlos mit durch. Und ich gebe dir auch alle Winning Creatives von Nulina hier mit durch. So Matrosen aufgepasst. Wir haben die Gewerbeanmeldung, Produktsuche, den Shopaufbau, Facebook und TikTok-Account. Das ist sehr wichtig, dass du einen hast. Wir fangen gleich mit Facebook einmal an. Wir haben über das Marketing gesprochen. Und jetzt fangen wir an, die Ads zu schalten. Und dafür musst du einmal einen Business Manager erstellen bei Facebook. Dafür gehst du hier auf business.facebook.com Dann meldest du dich bei Facebook an. Ich empfehle dir hier auf jeden Fall einen älteren Facebook-Account zu nehmen. Da muss auch ein Profilbild mit bei sein und so weiter und so fort. Das einmal alles befolgen. Ich werde das jetzt nicht klick für klick mit dir durchgehen. Das ist selbstverständlich. Den Business Manager erstellen. und dann gehst du rüber und erstellst ein Werbekonto. Wenn du deinen Business Manager erstellt hast, sollte es das Ganze so auch hier aussehen. Dann bist du in deinem Business Portfolios drin in deinem adsmanager.facebook.com Das heißt, du bist hier unterwegs beim adsmanager.facebook.com Da werden wir uns die meiste Zeit aufhalten. Das heißt, du hast hier in deinem Business Portfolios deinen Business Manager. Der heißt jetzt hier in dem Fall Temanu. Ich habe da einen neuen erstellt, nur um dir das Ganze zu zeigen. So, dann müssen wir hier, um überhaupt eine Werbeanzeige erstmal zu erstellen, hier bei Create, unsere E-Mail erstmal verifizieren. So, alles verifiziert und wir können hier schon gleich die Kampagne starten. Hier klicken wir noch erstmal auf No und dafür gehen wir jetzt in unseren Shopify-Account wieder rein und schreiben hier Facebook. Da kommt jetzt sowieso gleich einmal Meta beziehungsweise es kommt auch nicht. Dann klicken wir hier einmal Meta. Facebook und Instagram. Das wollen wir einmal installieren in den Shopify Shop. Einmal hier auf Installieren. Hier klicken wir auf Installieren und los geht's. Konto verknüpfen. So, jetzt fragt ihr uns nach den Business Assets und dafür müssen wir erstmal eine neue Facebook-Seite erstellen. Da packen wir einmal unseren Namen rein. Hier bei der Kategorie können wir erstmal irgendwas hinschreiben, das ist nicht so wichtig. Create Page. Next, Next, Skip, Next, Done. Facebook-Seite ist soweit fertig. Hier können wir noch das Logo hochladen und so weiter. Dann musst du noch in deinen Einstellungen hier bei deinen Business Settings Pages, also Seiten auswählen und da musst du auf jeden Fall noch deine Seite verknüpfen. Das ist sehr wichtig, damit du das alles verknüpft bekommst. Dann gehst du noch hier auf Assign People, klickst deinen Namen an, dein Profil und machst einfach, dass du für alles die Befugnis hast. Das ist sehr wichtig. So, jetzt haben wir das auch schon dem Business Manager zugewiesen. Das heißt, für Temano, diesen Business Manager, den ich erstellt habe, habe ich die Page Teramo, die ich gerade erstellt habe, hier auch zugewiesen. Und schon sehen wir jetzt in den Business Assets, hier Temano ist der Business Manager und die Facebook Seite Teramo ist drin. Das heißt, wir verknüpfen das Ganze hier. Hier gehen wir auf Maximal und gehen auf Speichern. Jetzt werden wir hier einen Metapixel erstellen, der ist auch sehr, sehr wichtig und bestätigen das Ganze. Jetzt wird das Ganze in die Überprüfung eingereicht und in der Zwischenzeit können wir uns dann andere Sachen ran machen. So, hier sind wir erstmal soweit fertig. Das heißt, wir haben die ganzen Einstellungen fertig. Diesen Facebook Shop, den brauchst du nicht. Das heißt, das was hier steht, das interessiert dich erstmal nicht mehr. Das ist auch ganz wichtig, dass du das auch nicht machst mit diesem Facebook Shop, weil das wird dir mehr zerschießen, als es dir hilft. Glaub mir einfach aus Erfahrung. Da haben Leute schon alles gesperrt bekommen und so weiter. Facebook Shop brauchst du nicht. Das ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt erstmal alles fertig gemacht, was wir brauchen. Das Wichtigste ist fertig. Wenn du jetzt auch in deine Pixel reingehst, dann siehst du, dass der Pixel erstellt wurde für Temanu. So heißt das Ganze hier. Der hat das nach dem Business Manager genannt. Die Facebook Seite heißt aber Teramo. Also nicht verwundern lassen. Deswegen. So, das heißt, hier in den Einstellungen, wenn wir einmal reinschauen jetzt, dann sehen wir einmal, wie gesagt, der Pixel endet auf 382. Und dann sehen wir auch hier 382. Den haben wir ja gerade erstellt. Jetzt müssen wir in den Business Settings bei den Pixel auf jeden Fall auch noch die ganzen Assets zuweisen. Das ist sehr wichtig, dass wir einmal hier auf Partner zuweisen, auf Deutsch. Das ist dann hier oben links, Assign People. Dass wir einmal den Facebook Account auswählen und dass der volle Kontrolle hat über diesen Pixel. Das ist sehr wichtig, weil sonst wirst du den Pixel gleich nicht finden. und einmal Assign Assets auch noch. Hier einmal Timano neu anwählen. Und dann. Jetzt zeigt er es noch rot an. Es kann sein, dass es jetzt gleich schon grün wird, wenn man natürlich auch auf den Shop drauf geht. Deswegen wahrscheinlich hat er jetzt noch keine Activities, weil noch keiner auf den Shop drauf gegangen ist. Was du in der Zwischenzeit machen kannst, ist den Metapixel Helper zu installieren, um zu sehen, ob der Pixel installiert ist. Wofür ist der Pixel da? um Daten zu sammeln. Das sind immer das, wo du überall immer siehst, Hey, Cookies, wir haben Cookies, wir haben Cookies hier und da. Das ist dafür wichtig, damit du überhaupt Werbung schalten kannst. Wenn du den Pixel nicht hast, dann kannst du keine Werbung schalten. So, wir haben erfolgreich den Metapixel Helper installiert und wie du den anwenden kannst, ist, du klickst einmal hier rauf. Dafür brauchst du Google Chrome. Dann aktualisierst du einmal deine Seite und dann wirst du jetzt hier gleich einmal eine 1 sehen. Und der Pixel ist installiert. 3, 8, 2. Der Pixel feuert. Das ist das Wichtigste erstmal. Und dann siehst du auch, dass es hier einmal Page Visit ist und dann siehst du, wenn du gleich hier auf deine Produkte klickst, dass er gleich da nochmal eine andere Art von Pixel hat. Hier hat er auch schon zwei. Page View, View Content. Und genau das willst du sehen. Entweder eine 1 oder eine 2. Das ist sehr wichtig. Und jetzt ist es noch rot und jetzt gleich sollte es auch schon grün werden. Falls nicht, wird es innerhalb der nächsten Minuten oder Stunden grün. Das Wichtigste ist aber, dass du schon mal siehst, der Pixel feuert, er trackt. Das heißt, die ganzen Daten werden gesammelt. Das ist schon mal das Wichtigste und ja, das Schwierigste ist da schon getan. Und hier sieht man jetzt auch schon, dass es grün ist. Er hat die Daten direkt empfangen. Das heißt, hier ist alles richtig installiert und hier sind wir soweit erstmal fertig. So, das bedeutet, du hast hier alles fertig. Du brauchst hier überhaupt nichts mehr machen. Das, was mir diesen 48 Stunden hier bei der Übersicht noch steht, ist unrelevant für dich. Du brauchst hier wirklich nichts mehr zu machen. Glaub mir da einfach. Und mach da auch bitte nicht diesen komischen Facebook-Shop, den ihr dir andrehen wollen, weil wie gesagt, das ist eine sehr schwierige Sache. Da sind die sehr, sehr streng und das kann sehr stark sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du dort abgelehnt wirst. Also, fangen wir jetzt einmal an, hier die Kampagne zu schalten. Du hast jetzt alle Weichen gestellt, um überhaupt eine Kampagne erstmal schalten zu können. So, damit dein Marketing auch richtig zündet, fangen wir jetzt an, hier mal eine Kampagne zu schalten. Und da zeige ich dir jetzt Klick für Klick, wie du alles machst. So, das Ganze möchten wir natürlich mit Sales machen. Das heißt, Conversions, das ist das, was wir am Ende brauchen. Wir brauchen kein Traffic, kein Awareness, kein Engagement, keine Leads. Wir brauchen Sales, wir brauchen Umsatz. So, deswegen Continue. So, wir machen alles manuell, kein Advantage Plus. Das würde ich dir auch abraten. Immer manuell einmal machen. So, das Erste, was wir ausschalten, ist hier diese Katalogkacke. Die brauchen wir auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich würde dir empfehlen, den Kampagnennamen immer so zu nennen, wie dein Produkt heißt und noch die Marge vor Ad kosten, damit du immer eine Übersicht behältst. Dann gehen wir hier weiter runter. Mehr brauchen wir hier erstmal bei der Kampagne nicht zu beachten. Also, weiter. Dann sehr wichtig, dass dein Pixel ausgewählt wird, wie du es genau schon hier siehst. Das heißt, der Pixel ist ausgewählt, er ist connected und er ist auch zugewiesen. Alle Schritte, die ich dir jetzt in den letzten Minuten gezeigt habe, musst du genau konsequent eins zu eins umsetzen. Nur dann funktioniert das hier auch alles genauso, wie du es brauchst. Das Ganze hier kannst du Ad 1 nennen, weil hier fangen wir an, die erste Ad reinzupacken. Wir packen für jede einzelne Ad, machen wir eine eigene Anzeigengruppe für ein eigenes Budget. So, wir gehen auf Webseite, maximise number of conversion, conversion event, machen wir purchase, also kauf, bei dir auf Deutsch dann. So, das lassen wir alles gleich, das lassen wir alles gleich. Du kannst ein Budget von 5 bis 10 Euro am Tag nehmen, um deine Creative anzutesten und mehr würde ich dir auch am Anfang erstmal noch nicht empfehlen. Sobald du anfängst, mehr Sales zu machen, kannst du das Ganze auch nochmal erhöhen. So, hier kannst du die Locations auch nochmal ändern, dass du sagst, Germany, Austria and Switzerland, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. So, Deutschland, Österreich und Schweiz sind ausgewählt, das heißt, wir haben einmal die Zielgruppengröße 50 Millionen, Facebook und Instagram Nutzer insgesamt. Dann gehen wir hier weiter runter, das musst du auf jeden Fall auch nochmal auswählen, dass deine Firma dort hinterlegt ist. So, Advantage Plus kann man machen, kann man aber auch manuell machen. Ich würde es manuell empfehlen und was ich dann immer gerne auswähle ist, einmal erstmal alles abwählen, damit man es ein bisschen leichter hat, beziehungsweise ich mache das immer so und dann einmal alles hier rauswählen, damit du einmal Feeds und Stories und Reels hast auf jeden Fall und Messenger nehmen wir dann auch nochmal raus. Feeds, Stories und Reels sind auch die größten, dann siehst du, dass sich hier in der Zielgruppen größten nichts verändert hat. All diesen anderen komischen Kram, den will ich gar nicht haben. Messenger, Apps und Seiten und so weiter, also was mich wirklich dann interessiert sind Feeds, Stories und Reels, wie gesagt. Weiter geht's, Next. Hier wählen wir dann die Facebook-Seite aus, das ist dann Teramo, wie wir es erstellt haben und du kannst auch nochmal eine Instagram-Seite extra erstellen und das dann auch verknüpfen. Ich würde dir empfehlen, das am Handy zu machen, weil das ist das sicherste, dass es auch wirklich dann funktioniert oder du lässt es einfach jetzt gerade, wie es ist, das wäre dann auch okay. Wir gehen hier auf Create Ad und dann fangen wir an, hier die Ads hochzuladen. Das hier nehmen wir aus und jetzt können wir hier schon anfangen ein Bild hochzuladen. Und ich mache dir jetzt einfach nur ein Beispiel mit irgendeinem random Bild, dass du einfach nur siehst, wie man hier Ads schaltet. Klicken hier auf Next, hier wieder auf Next, klicken hier auf Done und schon haben wir hier die Anzeigenvorschau, wie das Ganze aussieht. Hier sehen wir das im Facebook-Feed und hier sehen wir das im Instagram-Feed. Und für Storys und Reels können wir das Ganze hier auch sehen und wir können das sogar hier auch anpassen, dass wir sagen, okay, in Feeds soll das so aussehen oder in Storys soll das nochmal anders aussehen. Das heißt, wir können das Ganze auch hier nochmal anders hochladen in den Storys und in Feeds, wie das Ganze aussieht. Hier hast du dann eine Überschrift, die du hier mit reinschreiben kannst, wo du auch gute Copies für brauchst. Hier hast du einen Text, den du brauchst. Ein langer Text kommt hier rein. So, das zeige ich dann zum Beispiel auch nochmal in meinem kostenlosen Kurs, welche Marketing-Tools du hier nutzen kannst, welche Texte du hier nutzen kannst im Copywriting, weil das ist auch nochmal sehr komplex alles. Deswegen, dann hast du hier auch nochmal jetzt kaufen, also shop now, auf Deutsch jetzt kaufen, jetzt einkaufen. So, und dann siehst du, haben wir fast schon alles eingestellt. Hier ist nur noch die Shop-URL, die ist jetzt natürlich sehr hässlich bei mir, wie du siehst hier, weil die Domain nicht verknüpft ist, aber hier packst du die dann rein, wenn deine Shop-URL dann fertig ist und alles verknüpft ist miteinander. Hier siehst du, der Pixel ist auch schon drin und wir haben alles drin. Alles andere brauchst du erstmal nicht beachten. Wichtig ist, dass du natürlich ordentliche Texte reinmachst, nicht wie ich das jetzt hier hingerotzt habe. Text Generation AI wollen wir nicht. Das heißt, ja, du kannst dann die ganzen Texte hier anpassen, das auch hier anpassen, dass das alles schön wird natürlich und hier wie gesagt, Create-Ad. Wie gesagt, Instagram kannst du auch verknüpfen und that's it. Mehr ist das nicht. Was du dann machst, um weitere Ads zu testen, weil du dann nicht nur eine Ad hast, ist, dass du dann hier sagst, okay, Duplicate beziehungsweise hier ist auch Quick Duplicate. Das müsste jetzt gleich einmal kommen. Wir gehen hier auf Quick Duplicate, weil du wirst ja wahrscheinlich mehrere Ads testen. Das heißt, du hast deine ganzen Einstellungen hier in der Anzeigengruppe gemacht. Das hier ist deine Kampagne, das hier ist deine Ad und jetzt haben wir hier, schreiben wir dann Ad 2 hin und hier werden wir dann eine andere Ad reinpacken. Hier bleibt dann natürlich alles wieder gleich, außer du möchtest nochmal andere Zielgruppen testen. Dann musst du hier nochmal so switch to switch to original audience. So und dann kannst du hier sagen, welche Interessen das sein sollen. Ja, meinetwegen Dragon Ball Z. So, hier Dragon Ball kannst du dann sagen und dann kannst du auch nochmal die Interessen exkludieren, welche du nicht haben willst. Das heißt, ähm, Ad Exclusions und hier schreibst du dann zum Beispiel hin Shopify, das heißt, du möchtest keine Dropshipper, dass die gezeigt werden. Du möchtest die ganzen Dropshipper raus haben, das heißt, Facebook Payment User. Du möchtest die ganzen Facebook Payment User auch weg haben, deswegen kannst du hier mit arbeiten auf jeden Fall. Womit man auch immer sehr stark arbeiten, sind die Suggestions, also das heißt, die ganzen Vorschläge, die du dann hier nochmal hast, wenn du jetzt auch zum Beispiel schreibst Garden, äh, da hast du einfach nur ganz broad dann Garden, Home and Garden und dann kannst du das nochmal rausnehmen, Dragon Ball und dann sehen wir auch, wie groß die Zielgruppe hier wird und dann können wir mit dieser 9 Millionen Audience jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz mit den Vorschlägen auch nochmal gut arbeiten und wie gesagt, auch hier ist nicht der heilige Grad, wie du mit den ganzen Interessen arbeitest, weil das denken immer viele, was viel, viel wichtiger ist und auch nicht von den ganzen Klicks hier oder dem Budget und so weiter, sondern viel wichtiger ist dein Marketing an sich, wie die Creatives aussehen, wie die aufgebaut sind, denn auch bei Nolina haben wir relativ breit getestet. So und dann kannst du natürlich, weil du jetzt hier andere Interessen drin hast, kannst du das Ganze auch so benennen, wie du deine neuen Interessen drin hast und hier kannst du dann natürlich die Ad nochmal ändern, weil hier haben wir jetzt die gleiche Ad drin, das heißt, hier tauschen wir dann natürlich die Ad einmal aus und da sagen wir dann, welche dann tatsächlich rein soll, das heißt, wir laschen die einmal raus komplett und packen dann hier eine neue mit rein und das war es dann auch schon, das heißt, du kannst hier mehrere, ja, Anzeigengruppen für jede einzelne Ad, das dann, ja, mit reinschmeißen, du kannst natürlich auch manchmal mehrere Ads in eine Anzeigengruppe machen, falls du weniger Budget hast, aber ich würde es dir für das Maximum des Launchens, des Testens immer so empfehlen, dass du immer eine Anzeigengruppe hast für eine Ad. So, wir sind gut vorangekommen, du hast jetzt auch deine Ads geschaltet und vor allem jetzt alles mitbekommen, was du erstmal brauchst, um Step by Step deine Ads zu schalten. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt, wenn man es Klick für Klick vorgezeigt bekommt. Du hast jetzt im besten Fall dein Produkt, dein Shop steht und du hast deine Ads geschaltet und dein Marketing ist auch schon soweit erstmal fertig mit den ersten Ads. Jetzt ist es wichtig, wie du deine Ads auswertest. Eigentlich ist die Regel super simpel. Das heißt, du fängst mit 5 oder 10 Euro pro Ad an, pro Tag zu testen und wenn du anfängst, 15, 20 Euro verbrannt zu haben pro Creative, das heißt, es hat kein Sale mit eingebracht, dann fängst du an, das Ganze zu killen. Das bedeutet, die einzelne Creative einfach auszumachen. Wenn du merkst, dass die Creatives gut funktionieren, meinetwegen auf 5 oder 10 Euro, dann fängst du an, das Ganze zu erhöhen. Also das Auswerten ist gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Man schaut einfach nur auf den Raw aus, dass das Ganze profitabel ist und mehr ist da nicht dabei. Natürlich kannst du noch auf CPC, CTR und so weiter alles achten, aber am Ende ist einfach nur entscheidend, dass die Leute kaufen oder nicht kaufen. Damit das Ganze auch skalierfähig wird, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar das Optimieren und Skalieren. Denn nicht die Buttons und die ganzen Interessen in Facebook sind entscheidend, sondern viel entscheidender ist das Fundament, dein Marketing hinter dieser ganzen Fassade. Wenn du eine Creative hast, die schon gute Umsätze macht, die ersten 1, 2, 3 Verkäufe, dann fängst du an, das Ganze auszuschlachten. So nenne ich das immer intern bei uns auch im Coaching, im Intensivcoaching. Was machst du? Du tauschst die Models aus, so wie ich auch bei Nolina das zum Beispiel auch gemacht habe, den Hintergrund tauschst du aus, die Tasche tauschst du mal aus, die Creative wird komplett ausgeschlachtet von A bis Z, der Anfang, die Mitte, das Ende, sodass du aus einer Creative im besten Fall 5 bis 10 neue Creatives machen kannst, die dir dann auch wieder einen neuen Umsatz bescheren, weil du weißt ja nicht, wo genau dein Cap ist. Dir muss bewusst sein, dass jede einzelne Creative aussterben wird. Denn Social Media liebt neuen Content, deshalb solltest du immer wieder neuen, guten Content produzieren. Und wenn das Ganze bei dir einbricht und du kannst nicht einfach so skalieren, wie du es dir erwünscht, dann ist dein Fundament einfach nicht stark genug gewesen. Du solltest nach und nach einfach bei jeder Creative das Budget so erhöhen, konstant, wenn du jetzt bei 5 oder 10 Euro Tagesbudget bist, zum Beispiel auf 20, 30 und so weiter und es bricht dann ein, dann solltest du wieder runter auf deinen Sweetspot gehen, wo es gut funktioniert hat. Folgendes Beispiel, du hast ein 10 Euro Tagesbudget bei einer Creative, das funktioniert gut, dann gehst du langsam hoch auf 20 oder 30 Euro Tagesbudget. Funktioniert immer noch gut, nice, geh auf 50 oder 70 Euro Tagesbudget hoch. Funktioniert nicht mehr gut, alles klar, geh wieder runter, dann weißt du, wo du capst. So und jetzt, wenn du nur 4, 5 Creatives hattest, testest du neue Creatives, dann schaust du, was genau hat dir jetzt Umsatz gebracht, du analysierst genau deine eigenen Creatives, wie kannst du diese Creatives nochmal toppen, wie kannst du den Schnitt nochmal besser machen und dann produzierst du noch ein paar Creatives nach und die werden wahrscheinlich nochmal besser performen. Und ey, es ist auch völlig normal, dass sich nicht alles problemlos einfach nur hochskalieren lässt, weil das ist auch logisch, sonst wären wir alle sofort einfach reich durch ein paar Klicks, oder? Und super entscheidend ist auch, wenn du anfängst, dein Marketing zu skalieren, dass du auch optimierst den Backend. Das heißt, du brauchst eine gute Produktqualität, du brauchst eine sehr gute Lieferzeit und du brauchst einen sehr guten Hersteller, auf den du dich immer wieder verlassen kannst. Das heißt, du bist nicht nur der Marketingmanager, der immer nur für neue Sales sorgt, denn du musst dich auch um die Qualität kümmern, um die Kundenzufriedenheit, dass der E-Mail-Support immer funktioniert, dass du immer am Start bist, weil sonst wirst du nicht lange dein Business führen können, das verspreche ich dir. Zum Thema Skalieren findest du auch nochmal viel mehr im kostenlosen Dropshipping-Kurs von mir, den findest du wie gesagt in der Description-Box unter diesem Video. Gehen wir mal davon aus, du hast deine ersten Verkäufe gemacht, du hast sogar ein bisschen skaliert, aber du brichst immer mal wieder irgendwo, irgendwann, irgendwie ein, dann kann das noch an dem nächsten Punkt liegen und zwar dem Branding. Erstmal zur allerwichtigsten Frage, ab wann du überhaupt branden solltest, das heißt, wirklich ein Logo auf deiner Verpackung drauf machen, auf dein Produkt drauf machen, Produktverbesserung und so. Ich sage immer auch intern bei uns, wenn du anfängst, 50.000 bis 100.000 Euro Monatsumsatz zu machen, dann kannst du dir anfangen, Gedanken darüber zu machen, aber erstmal solltest du kleinere Branding-Maßnahmen durchführen. Denn das Wichtigste, was du verstehen musst, ist, dass du erstmal nur digital, eine digitale Branding-Präsenz hast und die kannst du schon richtig stark gut vertreten. Denn das Allerwichtigste bei dir ist, dass das Marketing sich erstmal bewährt, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt deine ersten Verkäufe machst und dann investierst du auf einmal in Ware, 5.000 Euro. Und jetzt sagst du, ey, ich mache das Produkt so geil, ich fange an, das zu branden. Dann importierst du das bei dir zu Hause hin, dann ist da ein cooles Logo drauf, du kannst es von Deutschland aus versenden, irgendjemand muss es auch versenden, das kostet auch wieder viel Geld. Und wenn dein Marketing sich nicht bewährt hat, dann bleibst du auf dieser Ware einfach dumm sitzen. Und das ist das Letzte, was du möchtest. Kleinere Branding-Maßnahmen kannst du auf jeden Fall machen, dass du das Logo schon mal auf die Verpackung mit drauf machst. Dafür musst du nicht mega viel vorinvestieren, du kannst Dankeskarten kreieren, und du kannst kleine Produktverbesserungen vornehmen, je nach Produkt. Und wie aufwendig das Ganze ist, da musst du mit deinem Hersteller sprechen. Im besten Fall hast du einen Shipping-Agent, der mit dir zusammenarbeitet, oder auch einen Hersteller, der mit dir zusammenarbeitet, der dir dann auch viele Sachen, ja, customizen kann. Denn wie gesagt, anfangs hast du eine digitale Präsenz und du möchtest etwas optimieren, was der Kunde in der Hand hält. Sorg erstmal dafür, dass der Kunde überhaupt dein Produkt erstmal in der Hand hält. Denn nur weil du ein, zwei Tage Lieferzeit hast, wirst du nicht automatisch besser verkaufen. Das ist heutzutage eh ganz normal. Marketing muss zünden. Selbst bei Nulina, als wir 2 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, haben wir keine riesengroßen Branding-Maßnahmen gemacht, aber wir haben kleinere Branding-Maßnahmen gemacht, die auf jeden Fall auch dafür gesorgt haben, dass wir mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht haben. Und jetzt mache ich dir mal ein Beispiel-Case, wie viel Umsatz wir auch mit Nulina gemacht haben in eineinhalb Jahren. Das waren knapp 2,1 Millionen Euro an Umsatz mit 291.000 Euro an Umsatzsteuer. Das heißt, auf deinen Umsatz wirst du immer Umsatzsteuer zahlen. Wir hatten 652.000 Euro Ad-Spend, 548.000 Euro an Produktkosten, das heißt, dein Produkt kostet ja auch irgendwas, musst du ja irgendwie zahlen. Dann haben wir noch andere Kosten wie VAs gehabt, also virtuelle Assistenten für die E-Mails und so weiter, Transaktionskosten etc. von 83.000 Euro. Dann hatten wir Retouren, die sind völlig normal im E-Commerce, da kommst du nicht drum herum. Von 157.000 Euro sind 4.000 Retouren um den Dreh gewesen, 7% ist noch solide, alles bis 7, 8% ist noch okay, bis 10% auch, aber da musst du immer auf die Marge achten, inwieweit das noch für dich möglich ist. Macht einen Gesamtgewinn von 363.000, das ist aber noch Worst Case berechnet. Eigentlich waren das weit mehr als 400.000. Dazu habe ich auch nochmal eine extra ausführliche Case study, die über 2 Stunden geht, wo ich das sehr ausführlich nochmal erklärt habe. Gängig ist auf jeden Fall im E-Commerce, dass Leute zwischen 10 und 20 beziehungsweise im Dropshipping, dass sie zwischen 10 und 20% Marge machen. Wenn du eine richtig große, langfristige Brand wirst, ist es auch möglich mit 30%, aber das Ding ist, dann wirst du nicht so krass viel wachsen. Also es gibt wenig Brands, die Hardcore wachsen und mega viel reinvestieren und die dann noch eine richtig hohe Marge haben. Deswegen am Anfang ist das völlig okay, wenn du 10 bis 30%, 10 bis 25% Marge hast im E-Commerce und damit kannst du auf jeden Fall sehr schnell skalieren. Wenn du in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufst, wirst du nicht drumherum kommen, Steuern zu zahlen und vor allem dich rechtlich gut abzusichern. Damit du jetzt einmal einen Grundkurs bekommst mit den wichtigsten Sachen. Ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Anwalt, ich gebe dir einfach nur die Essentials mit, die du wissen musst für das Dropshipping-Geschäft. Einmal zum Thema Umsatzsteuer. Du musst auf deinen Umsatz, wenn wir sagen, du hast 119 Euro Umsatz gemacht, musst du darauf Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, du nimmst das Ganze, teilst das durch 1,19 und hast dann 100 Euro netto raus. Das heißt, du musst 19 Euro Umsatzsteuer zahlen, man nennt das auch Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, ist alles das Gleiche. Also um das Ganze einfach zu berechnen, nimm immer deinen Umsatz, geteilt durch 1,19 und dann hast du das, was davon übrig bleibt. Dann kommen da noch natürlich Produktkosten ab, Werbekosten ab und alle anderen Kosten, die du so hast. Dann gibt es die sogenannte Einkommenssteuer, weil viele von euch eine Kapitalgesellschaft. Das heißt, wenn du ein Einzelunternehmen bist oder eine GbR, dann bist du eine Personengesellschaft. Dann gibt es eine Einkommenssteuer. Das heißt, einfach übersetzt für dich, dass du auf deinen Gewinn auch nochmal Steuern zahlst. Das heißt, am Ende des Jahres, was du an Gewinn machst, sagen wir jetzt, wir haben dieses Jahr 2024 und hast meinetwegen 10.000 Euro Gewinn gemacht. Aber von diesem Gewinn werden noch ein paar Sachen runtergerechnet. Und zwar alles an Equipment, ob das jetzt eine Kamera ist, ein Laptop ist, ein höhenverstellbarer Tisch oder auch ein Stuhl für deine Arbeit tatsächlich oder auch ein Coaching und so weiter. Das kannst du alles abrechnen, um deinen Gewinn zu drücken, um dann weniger auf jeden Fall auch an Gewinnsteuer sozusagen zu bezahlen, kann man in Anführungszeichen dazu sagen. Und in der Regel, im US-Case, kannst du einfach mal 50% davon ausgehen, nochmal von deinem Gewinn zurückzulegen. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Lieber rechnest du dich ein bisschen ärmer, als du bist, weil am Ende hast du dann mehr Geld. Wenn du am Ende doch nur 30, 40% zahlen musst, weil du noch nicht über diese Freigrenze drüber bist, dann ist das auch nice. Wichtig aber nochmal zu erwähnen ist, du brauchst keinen Steuerberater von Anfang an von den ersten Euro aus. Denn erst wenn du anfängst, die ersten paar tausend Euro Umsatz zu machen, was ziemlich schnell passieren kann im E-Commerce und im Dropshipping, dann kannst du langsam anfangen, den Steuerberater zu suchen. Denn er kann das Ganze rückwirkend noch anmelden, also brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Also wenn du jetzt für 2024 zum Beispiel deine Steuer abgeben willst, hast du knapp bis Mitte 20, 25 Zeit damit. Das heißt, anfangs reicht es, wenn er jährlich deine Unterlagen hat, bekommt und diese auch einreicht. Sobald du anfängst, höhere Umsätze zu machen, das heißt konstante 30, 50, 70, 100.000 Euro Monatsumsatz, dann sollte er auch natürlich monatlich eine Umsatzsteuer vor Anmeldung machen und das Ganze auch immer wieder belegen, damit du monatlich einfach deine Umsatzsteuer zahlst, weil dann kannst du das Ganze nicht mehr jährlich machen, weil du hast zu hohe Umsätze und dann musst du auch viel schneller deine Umsatzsteuer abdrücken. Kommen wir zum Thema Rechtsschutz. Da sind viele gespaltener Meinungen. Die einen sagen, du brauchst es von Anfang an, gleich bei dem ersten Produkt, was du verkaufst. Die anderen, wie wir zum Beispiel sagen, dass es nicht gleich von Anfang an sofort relevant ist. Wichtig ist aber, dass du keine Scheiße verkaufst. Also fang nicht an, irgendwas zu verkaufen, was Babys sich in den Mund reinstecken oder irgendwas, was sich Leute sonst irgendwo reinstecken. Das heißt, achte einfach drauf, dass du keine zu komplizierten Produkte, keine zu hohen Versprechungen hast, auch mit deinem Produkt selber und dann sparst du dir schon so viel Ärger einfach. Das heißt, eine Unternehmerrechtsschutz, ja, die macht Sinn, aber ab wann? Also ab wenn, wenn du wirklich mal anfängst, Sales zu machen. Weil wenn du am Anfang noch keine Sales machst, dann macht es einfach wenig Sinn, sich da sofort so hyperaktiv, so perfektionistisch abzusichern, weil da wird anfangs einfach noch nichts passieren, in der Regel. Wenn du natürlich ein sehr ängstlicher Mensch bist, dann mach das gleich von Anfang an, aber ich kann dir sagen, eine richtige Unternehmerrechtsschutz, Versicherung, kostet meistens zwischen 50 bis 200 Euro im Monat, ist jetzt auch nicht gerade günstig für die ganzen Fixkosten. Deswegen fang erstmal an, mach erstmal Umsätze, nimm ungefährliche Produkte, davon gibt es haufenweise geile Produkte. Fast jeder unserer Teilnehmer hat sehr ungefährliche Produkte. Da gibt es auch ein paar heiklere Produkte, aber wenn man das ordentlich kommuniziert und dann eine gute Versicherung hat, dann kann man das Ganze machen. Aber fang erstmal an, gute Umsätze zu machen. Impressumstexte. Was nimmst du da? Du kannst erstmal kostenlose nehmen auf jeden Fall. Langfristig solltest du zum Beispiel bei IT-Rechtskanzlei 25 bis 50 Euro im Monat zahlen, damit dir ein Anwalt darüber schaut einmal. Du musst aber gleich einen ganzen Jahresvertrag nehmen, auch das ist wieder nicht günstig. Das heißt, Impressum, AGB, Datenschutz und so weiter, dass alles korrekt aufgesetzt ist, das kannst du machen. Ich habe bisher aber noch keinen einzigen gehört, der jemals abgemahnt wurde wegen Impressum, Datenschutz oder sonst irgendwas. Ja, also ob du es machst von Anfang an, dass du es perfekt aufsetzt, ist dir überlassen. Ich habe es nicht gemacht. Ich kenne keinen einzigen Dropshipper, der es perfekt von Anfang an aufgesetzt hatte und ich kenne auch bisher noch keinen einzigen, der deswegen abgemahnt wurde und wir haben schon zig erfolgreiche Dropshipper mit begleitet. Deswegen kannst du mir da auf jeden Fall vertrauen. Aber auch da gilt wieder, wenn du super ängstlich bist und du hast zu viel Geld, dann mach das gerne von Anfang an gleich. Ansonsten kannst du erst mal das kostenlos erstellen, anfangen, gute Umsätze zu machen und dann auch zu reinvestieren in all diese Sachen, wovor du quasi Angst hast. So, nun hast du alles an der Hand, was du brauchst, um deinen erfolgreichen Online-Shop aufzubauen, Produkte zu finden, das Ganze zu skalieren, die Ads zu schalten, du hast alles mit an der Hand. Aber es gibt noch einen Haken an all diesen ganzen Themen und zwar der letzte Punkt, das Mindset. Und ja, ich weiß, es ist ein sehr ausgelutschtes Wort, aber die Denkweise, die Art, wie du denkst, wie du bestimmte Sachen angehst, bestimmt dein Leben. Denn du musst folgendes bedenken, alles, was du denkst, wird zu deinen Handlungen, das wird zu deinen Gefühlen, das wird zu deinen Taten, das wird zu deinen Ergebnissen. Und diese Ergebnisse bilden Routinen und diese Routinen werden dein Charakter. Das heißt, wenn du dich jeden Abend auf die Couch haust, Netflix guckst und Chips reinhaust, was glaubst du, wie du nach ein paar Jahren aussiehst? Das heißt, das wird nicht gut für deine Blutlinie auch sein einfach. Für alles wird es einfach nicht gut sein. Für dein Denken wird es nicht gut sein. Und dementsprechend, wenn du nicht gut an diese ganzen Sachen rangehst, wie du auch denkst über Dropshipping, über die Erfolge und so weiter, über Geld auch vielleicht denkst, kannst du dir damit selbst ins eigene Bein schießen. Ganz wichtig ist, dass du verstehst, wofür du das Ganze tust. Das heißt, es ist nicht mal eben easy nebenbei gemacht. Die Frage für dich ist jetzt, warum willst du starten? Warum willst du langfristig erfolgreich werden? Was ist dein großes Why sozusagen? Und dann brauchst du auch nochmal ein großes Why not? Das heißt, warum nicht? Also du hast keinen Bock mehr auf dein 9 to 5, du hast keinen Bock mehr einen Chef zu haben und so weiter. Vielleicht willst du mehr reisen, vielleicht willst du deinen Eltern was zurückgeben. Schreib das alles schön auf. Es ist dein individuelles Leben und du willst ein geiles Leben am Ende haben. Das heißt, sammel das alles, weil es wird schwierig werden und das werde ich dir versprechen. Weil wenn es so easy wäre, dann würde es erstens jeder machen, so wie die Deutschen schön sagen und zweitens, dann wäre auch jeder schon reich. Genau wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn du anfängst zu skalieren, es wird sich nicht sofort alles easy skalieren lassen. Du musst ein gutes Fundament bauen, du musst besser werden, du musst ein Skill aufbauen und immer wieder Creators nachschießen. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Why not zurückspringen, das heißt, du solltest auf jeden Fall deine derzeitige Situation nicht akzeptieren. Das ist das, was mir immer den meisten Antrieb gegeben hat. Als ich damals Pizza-Lieferant war oder Burger-Berater, Tellerwäscher und so weiter, da habe ich meine Situation einfach nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, ich will mehr aus meinem Leben machen. Ich bin es mir wert und ich werde dafür Gas geben. Koste es, was es wolle. Und dafür brauchst du aber einen glasklaren Fokus. Das heißt, was genau willst du überhaupt? Warum willst du das Ganze? Und wie komme ich da hin? Wenn du sagst, okay, ich gehe da jetzt den Weg alleine mit all diesen Free-Content, das kannst du machen, aber jetzt hörst du dir von zehn verschiedenen Coaches, zehn verschiedene Anleitungen an und du weißt noch nicht mal bei den zehn verschiedenen Coaches, wer wirklich jetzt ehrlich ist. Bei uns kannst du dir sicher sein, wir haben so viele Teilnehmerergebnisse mit Kunden zusammen gemacht, wo wir so viele Erfolgsgeschichten haben, alle komplett transparent offengelegt. Da kannst du dir sicher sein, diese Strategien kannst du verfolgen. Aber ob du es jetzt alleine machst oder mit einem Coach zusammen oder halt auch mit einem Freund zusammen, ist relativ egal. Hauptsache, du ziehst es auf jeden Fall durch. Und dafür brauchst du einen sehr guten Fokus, du brauchst eine sehr, sehr gute Disziplin langfristig auch, denn es wird nicht immer easy werden und da musst du dann einfach beharrlich bleiben. Und das ist das Stichwort. Das heißt, all das hier, was ich dir jetzt mitgegeben habe, all die Einstellungen, all das Schöne und Tolle und Einfache und das Schwere bringt dir nichts, wenn du nicht beharrlich dran bleibst. Committe dich einfach mal, mindestens mal 12 bis 24 Monate durchzuziehen. Es gibt Leute, die studieren 3 bis 5 Jahre und sind danach immer noch broke as fuck. Also committe dich einfach mal mindestens 12 Monate, wo du sagst, 20, 30 Stunden neben meinem Vollzeitjob investiere ich. Wenn du noch mehr Zeit hast, noch besser, weil dann wirst du noch schneller deine Resultate sehen, deswegen committe dich einfach und hab keinen Plan B. Und wenn du rausfinden willst, wie die erfolgreichsten 1% der Dropshipper denken, auch unsere erfolgreichsten Teilnehmer, dann hab ich ein extra Video aufgenommen, was 3 Stunden lang geht, ziemlich intensiv, aber das ist das letzte Mindset Video, was du brauchst zu diesem ganzen Thema. Das kannst du auf Dauerschleife anhören. Das Geile ist, da sind immer To-Do-Steps mit dabei, also auf richtig hohem Niveau aufgenommen. Ich hab mir da wirklich wochenlang für Zeit genommen, sehr viele erfolgreiche Dropshipper aus meinem Umfeld, Teilnehmer und so weiter, alle befragt und das ist das Resultat daraus. Deswegen checkt das uns auch nochmal gerne ab. Und wenn du bis hierhin durchgeschaut hast, zeigt es auf jeden Fall, dass du dich schon mal von den anderen abhebst, die es nicht mal schaffen, 1, 2, 3 Stunden sich für seine Ziele, ihre Ziele Zeit zu nehmen und das fokussiert anzuschauen und auch durchzuarbeiten. Deswegen kannst du da schon mal stolz auf dich sein. Wenn du dir denkst, das ist alles noch irgendwie zu kompliziert und du brauchst 1 zu 1 Unterstützung, dann helfen wir sehr gerne dabei, weil das ist mein Geschenk heute an dich. Nicht nur der ganze kostenlose Content, den ich dir jetzt schon hier gegeben habe, sondern mein Geschenk ist an dich. Mein Versprechen, dass wir immer weiterhin Gas geben für unsere Teilnehmer, weil wir gehen komplett all in. Das heißt, all unsere Erfolgsgeschichten, die wir produziert haben im deutschsprachigen Raum, sind bisher die meisten, die es überhaupt gibt und das hat seinen Grund. Weil wir den Leuten immer wieder in den Arsch treten, wir geben immer wieder Feedback für die Produktsuche, für die Creatives, für das Ads schalten, egal was, wann, wo. Wenn das dir zu kompliziert erscheint, kein Thema, wir können komplett dabei helfen. Denn klar, du kannst jetzt auf eigene Faust erstmal weitermachen, du hast alles mit an der Hand, was du brauchst, aber wer feedbackt dir die Produkte? Weil wir haben so oft bei Teilnehmern, die uns die Produktlisten durchschicken und wir haben so 7, 8, 9 Produkte, die wir immer wieder aussortieren von 10 Produkten, die sie durchgeschickt haben, die sie eigentlich gut finden. Das heißt, die Quote ist sehr, sehr hoch, dass du sehr viele Produkte testen wirst, die halt einfach kacke sind oder schon gesättigt sind oder einfach nichts Neues sind und du weißt es einfach nicht aufgrund deiner fehlender Erfahrung. Und das Gleiche bei deinem Marketing. Wenn du denkst, du kannst schon Produktsuche, dann kannst du es nicht, weil du musst Marketing beherrschen. Und wenn du Marketing beherrschst, dann machst du mindestens schon eine Mio im Jahr oder noch mehr mit Dropshipping. Deshalb, wenn du Hilfe dabei brauchst, dann melde dich gerne auf mickdietrichs.de, trag dich einfach in ein kostenloses Erstgespräch, da verkaufen wir dir nichts auf Druck, keine Sorge. Wir sind nicht wie die anderen Roboterspasten und labern irgendein Skript runter, sondern wir finden einfach nur raus, passt du zu uns, passen wir zu dir, wir lehnen auch Leute ab, wenn es nicht passt. So wenn du zu wenig Zeit hast, zu wenig Kapital oder sonst was, deswegen nimm Kapital mit, nimm Zeit mit, nimm Engagement mit, weil nur so kann es langfristig was werden für dieses Geschäft. Und die ganzen Checklisten findest du auf jeden Fall auch im kostenlosen Kurs. Da siehst du alle Checklisten, mit denen wir heute gearbeitet haben. Ich würde dir auch stark empfehlen, die runterzuladen. Dann kannst du immer das schön abhaken oder du kannst es dir sogar ausdrucken in höchster Qualität. Deswegen gönn dir auf jeden Fall diesen kostenlosen Kurs. Da sind auch nochmal einige Nuggets mit drin. Und ansonsten blende ich hier nochmal einige Videos gleich mit ein, die auch sehr relevant sein könnten für dich. Und zwar einmal die Case Study von Nulina. Dann einmal virale Video-Ads, wie du Winning Creatives immer wieder aufsetzt. Das geht 60 Minuten lang. Da analysiere ich richtig viele Winning Creatives. Dann wie du Winning Creatives selber filmst, sozusagen mit dem Handy. Und nochmal das 3-Stunden-Mindset-Video, wovon ich auch schon gesprochen habe. Deswegen lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und check wie gesagt den kostenlosen Kurs ab mit allen möglichen Checklisten. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Training oder auch im Coaching vielleicht. Und falls nicht, check gerne noch mehr Content ab, damit du einfach nochmal mich besser kennenlernst, damit du einfach die richtigen Strategien mit einer Hand hast. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg auf deiner Reise, dein Mick.